. . . . . . Nein, hier gibt es richtig viel Auswahl bei der Sprache. Englisch, Englisch oder Englisch. . . . . sind wir bereit hast das game nicht schon mal gespielt teil eins haben wir gespielt aber das ist jetzt teil zwei the game uses an auto safe kate and i were really close she talked about you so much killer frost the resident evil revelations vielen dank für die drei ganzen jahre welches resident evil ist das noch mal keine ahnung muss ich noch mal gucken danke für 36 monate vielen dank und wem ist denn das ganz neue design von dir finde keine infos dazu auf deiner seite welches der neuen designs meinst du ich habe jetzt bei einer vielzahl von künstlern und künstlerinnen eingekauft wenn du mir sagst was genau dir gefällt kann ich der bestimmten namen nennen oder eine webseite zeigen ich habe ich glaube ich noch nicht hey hope you got a little sleep you know i was thinking we should head over to the library you can tell me what happened on the way god that's terrifying i really hope we find some answers and kids office keeper come on let's move ok let's see if your aunt's key ring deliver und die neuen e-mails werden von einer person nene von alles unterschiedliche quellen ich war in verschiedenen orten einkaufen ich komme jetzt schon nicht mehr mit wir können gleich noch mal versuchen zusammen zu fassen um listen there's something out there it's drawn to the tapes and it's very very dangerous please be careful i know this is going to sound super paranoid but after everything that's happened we need to be careful we can connect on an encrypted channel with these you go see what you can find in kate's okay ich habe keine ahnung wer diese frau war der erste teil endete damit dass ich glaube ein monster uns auf dem dachboden heim gesucht hat das ganze erste spiel lang war man auf dem dachboden gefang hat nach hat so ein paar rätsel gelöst hat items gesucht und hat sich videotapes angeguckt wo man mit amanda interagiert hat und amanda ist dieses kleine mädchen das wir im trailer gesehen haben das so ein bisschen in richtung von bluey geht oder dora the explorer sieht aus wie eine kinderserie die dann immer wieder wo die protagonistin immer wieder mit der kamera spricht mit den zuschauerinnen und zuschauern mit den kindern leute seht könnt ihr sehen wo sich der fuchs versteckt hat wo denn wunderschönen guten abend an dich schwabel am chat fertig dank für die 17 monate einen wunderschönen guten abend hallöchen ähm aber das ganze hat eben diesen so einen gruseligen touch weil ähm diese diese amanda in den videos immer sehr sehr fröhlich tut oder am anfang zumindest sehr fröhlichen eindruck gemacht hat aber über das spiel hinweg immer trauriger wurde immer immer das ganze wurde immer düsterer und irgendwann hatte man das gefühl sie sie hat ein eigen leben und sie realisiert dass sie in diesem spiel gefangen ist und es wurde halt irgendwie super creepy super creepy dwecky dank für die 50 monate hallo einen wunderschönen guten abend darf man dich mal was wegen den schuhen fragen ja klar natürlich hallo blue screen moin ich muss die sensibilität noch ein bisschen unterstellen bolly oh ja und er sie hatte so sidekicks und am anfang waren die auch ganz happy und irgendwann haben sie angst vor ihr bekommen ja 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 oh ja langsam kehren die erinnerungen zurück ich hab das gefühl audio können wir wieder ein bisschen hoch machen ich weiß aber nicht wie laut die jumps gestern ausfallen vorsichtig ich glaube ich war tatsächlich nicht da wurde den ersten teil gespielt hast ich glaube so lange ging der auch nicht das war bestimmt nur ein abend aber lass mich nicht lügen hallo ich bin wendy worm dein persönlicher assistent scanne doch ein buch mit dem scanner um zu erfahren wer das denn in der vergangenheit so alles ausgeliehen hat ok hey margaret found an odd tape in book returns haven't looked into it myself but i was hoping you could take a look at it when you can it's in the locked cabinet you remember the code right also you might need to take a look at some of the books i've been told some of them have been tampered with i swear this is like the fifth one in this week the fifth one this week also was wir bisher erfahren haben ist dass hier ein komisches tape eine komische kassette gefunden wurde und auf komischen kassetten haben wir auch immer dieses mädchen gesehen die amanda das tape ist irgendwo eingeschlossen und dafür gibt es einen code müssen wir noch finden außerdem steht hier geschrieben dass ein paar der bücher manipuliert wurden die wurden irgendwie modifiziert irgendwas wurde verändert an ein paar büchern ungefähr fünf stück diese woche i had put them aside for you but i think the new guy accidentally put them back into the library without looking i hate to ask but if you got a moment could you look around the library and see if you can find them there should be a history of these books in the library database so use that to help you out in finding them don't stay up too late have a good night sophie okay diese merkwürdigen bücher die modifiziert wurden die hatte die kollegin eigentlich schon zur seite gelegt aber ein neuer mitarbeiter hat die gesehen genommen und dann wieder in die bücherregale zurücksortiert und jetzt sollen wir die quasi unsere aufgabe wird das sein jetzt inmitten all dieser bücher die richtigen zu finden there should be a history of these books in the library database okay a scan here oh ich hab's gescannt gregg the grape to the raisins curse wurde ausgeliehen von jonathan pratt evelyn phantom sloth und taylor sinsted hilft uns das? i don't know oh mein gott das wird schlimm i'm so sorry ich glaube das wird richtig mies gucken wir uns erstmal ein bisschen um wow viele bücher mhm was ist das hier? ein Drucker meine mama hat polyneuropathie und hat deswegen oft Schmerzen oder Taubheitsgefühl in den Füßen glaubst du die Schuhe sind gut für sie? würde ihr gerne welche als Weihnachtsgeschenk holen? wenn ja welche denkst du sind gut? also die die Schuhe von Gießwein sind dafür bekannt also ne wir haben ja da diese diese Merino-Wolle drin die ist dafür bekannt ein super angenehmes Tragekomfort super angenehmes Tragekorn Gefühl zu mitzubringen ähm aber ich bin kein Arzt ich weiß nicht was ich bin mir nicht sicher was was da für Schuhe normalerweise empfohlen werden je nachdem was man für für Diagnosen mitbringt da müsste ich also ich könnte beim Sponsor nachfragen ob die da Empfehlungen haben aber ich selbst würde mich da nicht trauen jetzt hier irgendeine irgendeine Aussage zu treffen vor allem nicht wenn es da um bestimmte Diagnosen und die Gesundheit eines Menschen geht die sind super bequem die Katzen nicht man kriegt keine Stinkefüße in denen durch die durch die Wolle aber ähm da frage ich dann lieber nochmal nach was steht da drauf checkt out mhm checkt out ist es immer das gleiche? ah sieht schon mal ganz gut aus das können wir auch wieder scannen ich weiß aber nicht ob das was bringt Jonathan Evelyn und Taylor nein Jonathan aber wir haben wir haben hier JP dann drei leere Stellen und zum Schluss die drei das heißt es fehlen nur noch zwei Bücher right und dann haben wir eigentlich den Code den wir brauchen oh ja ich glaube das war der Sidekick hi I'm KPL's mascot Wooly ja ja und der hat das Tape bei sich sehr gut da wollen wir ran Hallo ich befinde mich gerade bei meinem Freund in England hatte vor ein paar Wochen mal hatte das vor ein paar Wochen mal erwähnt und wir haben auch schon den ersten Teil von Amanda bei dir zusammen geschaut mein Freund spricht fast kein Deutsch aber wir schauen jeden Abend zusammen deinen Stream wir hatten eben nur ein bisschen Gänsehaut bekommen als wir den Spieltitel hörten weil der erste Teil schon so verschwörend war aber wir freuen uns Grüße aus England hey liebe Grüße zurück hallo ihr zwei ja bietet sich ja an dass das Spiel auf Englisch ist guck mal hier werden nur ganz bestimmte Pisten gedrückt seht ihr das? A-Z-G-N-O-G-I-O A-Z-G-N-I-O A-Z-G-I-O A-V-T 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 A-Z K-K ist das ein Code? Ne Hm, wir gucken später nochmal vorbei. Shit. Vielleicht passiert was, wenn wir alle gleichzeitig aktivieren. Vielleicht fliegt da eine Sicherung raus. Das ist der Code. JPDS3. Yep. Okay, dude. Da, das... Shit. Da muss ich besser das Tape angucken. Der Abteilung. CE1. What? DS0 Nein, das wird ein gigaschweres Rätsel, glaube ich. Egal. Wir schaffen das. Es hieß, dass fünf Bücher... Oh, eine Spinne. Auf Wiedersehen, Spinne. ...das an fünf Büchern rumgefummelt wurde. Vier Stück liegen jetzt bei uns auf dem Boden. Wir brauchen mindestens noch ein weiteres Buch. Die guten Nachrichten sind, die Bücher schienen bisher nicht einfach so irgendwo im Bücherregal zu sein. So hat es sich gelesen, als ob ein Mitarbeiter die genommen hätte und die dann wieder eingeordnet hätte. Aber bisher waren alle Bücher, in die reingekritzelt wurde. Hier lagen einfach random herum. Fünf. Vergesst du es gern. Ein guter Streamer muss belohnt, damit es sich auch wirklich lohnt. Der Chat ist schnell und voller Leben. Hier gibt es immer viel zu reden. Unterhaltung, Spaß und sehr viel Liebe, die wir hier nun täglich kriegen. Obzocken, reden, ganz egal. Du bist im Stream meine erste Wahl. Darum schenke ich nun meinen Sub dir her. Pass gut drauf auf. Hier bitte sehr. Na, Dini, danke für die süße Message. Danke für die sechs Monate. Hallo. Vielen Dank für den Support. Sieß. Ohne Rätsel zwölf Stream incoming. Ja. Danke für die hundert Bittys. Danke, Annika. Ähm. Hoffentlich ist das hier nicht auf Zeit. Ich bin auch ohne Zeitdruck schon ziemlich schlecht in Rätseln. Oh oh. Wieso twerk das Schwein? Na, weil... Weil es Bits zugeworfen bekommt. Er kann es seine Hüften einfach nicht... nicht länger kontrollieren. Da muss es losshaken. Wieso ist hier nichts drin? Sie wollen also eine neue Identität? A Practical Guide to Avoiding Taxes? Das ist ein praktisches Handbuch, das dann erklärt, wie man Steuern umgeht. Das ist auch leer. Aha, aha. Squeaky of Destiny. I have to clean this entire Skyscraper? Ich glaube, da geht es um eine coole Person, die eins gegen eins macht, gegen ein Hochhaus. Das sauber gemacht werden muss. Heftig. Also wenn ihr noch irgendwas Verdächtiges seht, schreit gern. Ich würde vermuten, dass wir alle Bücher zusammengetragen haben, weil es inzwischen fünf Stück sind. Aber... Was, wenn ich falsch liege? In der Notiz hieß es ungefähr fünf. Das könnte theoretisch auch sechs bedeuten. Oder vier. Ich könnte mir vorstellen, dass fünf alles ist, was wir brauchen. Und dass wir uns jetzt... Ja, keine Ahnung. Daran machen müssen, die Hinweise zu kombinieren. Haha. Oho. Hii. Auf dem einen Buch steht Number One, auf dem anderen Number Two bei den Lehren. Das stimmt. Hashtag eins, Hashtag zwei. Vollkommen richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bei denen sind keine Zahlen hinterlegt. Wir wissen immer nicht, wo das Locked Cabinet ist. Of course, you might need to take a look at some of the books. I've been told some of them have been tampered with. I swear this is like the fifth one this week. I had to put them aside for you, but I think the new guy accidentally put them back into the library without looking. I hate to ask, but if you got a moment, could you look around the library and see if you can find them? There should be a history of these books in the library database. So use that to help you out in finding them. Was genau meint sie denn? Also sie sagt, yo, da sind so ein paar Bücher, an denen wurde irgendwie rumgefummelt. Und dann sagt sie, könntest du die bitte suchen? Und hey, wenn du die Database benutzt, dann findest du die Bücher schneller. Aber die Database kann ich doch nur benutzen, wenn die Bücher schon vor mir sind. Wenn ich die schon in der Hand habe. No? Acht Stunden für Schwabbel? Yo, stop. Oh, guck mal hier. Hier ist ja der Dings. He, he, he. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Also, zuerst. Okay, wartet. Erstmal gucken wir. Wir haben jetzt fünf Bücher gesammelt. Und da wurde überall reingekritzelt. Wir gucken jetzt mal, wer hat die denn als letztes ausgeliehen? So. Ach. Zum, zuletzt hatte das Jonathan Pratt. Jonathan Pratt hatte das zuletzt. So. Guck mal hier. Jonathan Pratt und Evelyn. Ja, ist nichts, weiß ich nicht. Ist kein Zusammenhang. Die Personen sind nicht die gleichen. Buchbeschädigt. Buchbeschädigt. Hä? Konnte ich einer der da bekannt vor? Deli Shovel Kyle Brunton. Wartet, wir vergleichen kurz. Carson Chase Henry. Carson Emerson. Carson und Frank Peabody. Carson Emerson und Frank Peabody. habe ich das beide ausgeliehen. Beide Bücher hatten sie. Zufall? Ich glaube nicht. Carson Emerson am 10. Oktober 2008. War das der Tag, an dem du die Bücher eingeschmiert hast? Frank Peabody hat er auch beide, ja. Aber. Hm. Ok, also. Carson 10. 08. Und der andere 10. 9. 2. 10. 08. 10. 9. 2. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Warum dreht ihr euch weg von mir? Was habe ich übersehen? Wir brauchen einen Alert. Sof. Oh Mann. Dann können wir das auch machen, wenn du es vergisst und uns überliest. Was? Oh, Alerts Off. Ah. Ja, ist doch gerade gar nicht so laut. Ist doch, wenn jetzt hier ein Sub reinkommt, ist doch nicht so wild hier. Als ob das jetzt gerade die Atmosphäre sprengt. Chillt mal. Chillt mal. Chillt mal. Ja, wenn das zu viel wird, mache ich aus. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das Bug ist damaged. Hier war nicht viel los. Ah. Jonathan Pratt und Deli Shovel kommen mir bekannt vor. Chat. Die fünfte Person ist wichtig, glaube ich. Gunther Waugen. Heißt, wir brauchen 18,98. 9,98. Juppa. Ah. I don't get it. Ich verstehe es nicht. Das Schloss setzt sich zusammen, nur aus Zahlen. Vier Zahlen, Chat. Und. Und. Und hier sind Zahlen. Aber. DS. DE. Oh. Carson Emerson. CE. Carson Emerson oder Chase Emerson. Beides wäre CE, Chat. Aber wieso 1? Warum 1? Ah. 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 CE. Carson Emerson oder... Das sind die Initialen, Chat. So smart. Und DS? Ah. Shit. JP? Jonathan Pratt. Jonathan Pratt. Und Jonathan Pratt ist der Erste in der Zahlenkombination. Es sind vier Sachen hinterlegt. Vier Ziffern für das Schloss. Und Jonathan Pratt sagt uns... Sagt uns... Die Erste... Zahl... Ist... Mai... Februar, März, April, Mai... Fünf! Ich spucke. Fünf! Ja. Ja. Kommen wir hin. Als erstes die fünf. Ziemlich sicher. Okay. Aber was ist, wenn... Was ist, wenn es was mit diesen Dingern zu tun hat? Zwei. Na... Na... Ach. Okay. Wer war Nummer zwei? Nummer null? Hä? Warte. Wartet. Die drei. Drei ist einfach so schon vorgegeben. Zum Schluss kommt die drei. Alright. Steht ja nicht mehr viel. Könnte man jetzt schon Bruteforcen. Wenn man wollte. Was wir nicht wollen. Wir benutzen lieber unseren Kopf. Aber man könnte das jetzt schon erzwingen. Wir benutzen noch Bücher. Hallo Schwabbel. Funktioniert eigentlich der Code bei Tulpa wieder? Hey Tiffy. Ich habe Feedback bekommen von Tulpa. Aber der Code war nur... Hehe. Wir haben gar keinen Code. Hehe. Tut mir leid. Äh. Der Code war nur während einer Kampagne aktiv. Und seit die Kampagne zu Ende ist, haben wir gar keinen Code mehr. Aber niemand hat mir Bescheid gegeben. Ich habe einfach weiter Werbung gemacht mit Code. Obwohl es keinen Code mehr gibt. Und das tut mir sehr leid. Ähm. Aber ja. Das Missverständnis wurde geklärt. Und... Sollten wir irgendwann mal wieder einen Code haben, sage ich gerne Bescheid. Aber... Ähm. Ja. Der war nur für die... Für dieses... Für dieses Event. Natürlich hat Tulpa auch so immer Sales im Angebot. Und wenn ihr über meinen Link vorbeiguckt, dann wird das hier... Dann seht... Sehen die Sponsoren... Ach, ihr kommt über den Schwabbel Town. Das ist sehr schön. Aber momentan gibt es leider keinen Code. Tut mir leid. Hallo Snowflake. Kann mich nicht beschweren. Hoffentlich geht's auch gut. Hallöchen. Also ich... Ich... Hm. Lara. Danke für die 24 Monate. Vielen Dank. Hallöchen. Danke für den Support. Moin moin. Ähm... Die Sache ist die, Chat. Die Sache ist die. Die Sache ist die. Was machen wir aus diesen restlichen Büchern? Hier ist D und S. Und dann eine Null. Was hat das zu bedeuten? Was bedeutet D, S und Null? Und das sind nicht die einzigen Initialien. Wir haben noch... C, E und eine Eins. Was hat das zu bedeuten? C, E ist entweder Carson Emerson oder Chase Emerson. Einer steht für Oktober, der andere für November. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Salheera. Danke für die drei Monate. Vielen Dank fürs Verlängern. Hi. Er vergisst halt einfach das Wichtigste. Vergesse das Wichtigste. Natürlich. Ihr habt recht. Das Wichtigste ist... What? How to not tape in Book Returns. I haven't looked into it myself, but I was hoping you could take a look at it when you can. It's locked in the cabinet. You remember the code, right? Also, you might need to take a look at some of the books. I've been told some of them have been tampered with. That's why this is like the fifth one in this. We got to put them aside for you, but I think you can accidentally put them back into the library without looking like to ask, but if we got a moment, There should be a history of these books in the Library Database. Aber ich weiß doch nicht, wie man die Library Database... Oh! Am the person, the R-story, Mr. Malpractice? This is a pineapple. Wreck the grape, too, the raisin's curse, groan attached. Wir alle haben Buchstaben. Fuck. Natürlich. Warum hab ich nicht eher daran gedacht? Maa, maa, bedeutet m, 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 m. M, 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 a, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ist ganz unten. Wo steht das A? Na für Ma. Was sollen wir denn... Muss es in die M? Soll das hier irgendwo rein? Kannst du aus den Buchstaben Amanda machen? Ma. Nichts. Nichts. Mats. Mats. Hm. C. C. Mace. 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 Ich glaube man kann kein richtiges Wort daraus machen. Will die Idee, vielleicht haben alle ein Buch ausgeliehen haben? Mace. 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 Er hat das Ding am 24. Februar 2015 ausgeliehen. Ich kann ja nichts über Michael Arcardi suchen. Hallo Itachi. Hey, danke dir. Kann mich nicht beschweren. Hoffe dir geht's auch gut. Okay, Chat. Wilde Idee. Ähm, ich mogel. Kannst du eventuell auf seinen Namen klicken? Boah, die Idee gefällt mir. Moment. Shut up. Wir können auf seinen Namen klicken. Okay, jetzt hören wir auf zu Tieten. Michael Arcardi hat sich ausgeliehen. This is a pineapple, Mr. Malpractice und Tins of Orange. Na, sowas. Das ist ja höchst interessant, Mr. M.A. Wo bist denn du? Nee? Nee? Mr. M.A. Und dann die Fünf. Warum die Fünf? Was willst du uns sagen? Ma. Ma. Januar, Februar, März, April, Mai. Mai. Er hat sich im Mai nichts ausgeliehen. Ah. 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 Gefühlt war das lauter als das letzte Mal. Logan, moin. Vielleicht geht M.A. einfach ins Leere. Vielleicht ist M.A. nicht das, wonach wir suchen. Aber wie steht's mit D.S. und der Null? Book Damaged. Right. Gab es hier jemanden, der D.S. heißt? Namen der lieben Wesen. Deli Shovel. Hat sich Deli Shovel Mr. Malpractice ausgesucht? Nee. The mystery of the missing chases checked out. Check out history. Ist das wichtig für uns? CE und einer Eins dran. Entweder Carson Emerson oder Chase Emerson. Er hat ganz viele Sachen gecheckt. Äh, hier. Check outed. Null. Am the person there are story? Am the person there are story? Ja. Da war auch sein Name drin, ne? CE1. Es handelt sich also definitiv um Chase Emerson. Aber was machen wir denn da draus? Was bedeutet die Eins? Datum 10.8. Die ist kein 10.8. Was? Okay. Ich hab ne wilde Idee. Der erste Eintrag? CE erster Eintrag wäre Januar. Das wäre ne Eins. Aber wir wissen nicht an welcher Stelle. Nein, das funktioniert nicht. Warte mal. Wo war ich denn? Ich glaub's was. Musst du die Namen vielleicht nach Datum sortieren? Und dann die Nummern in der Reihenfolge reinmachen? Du musst länger warten, wenn du die Kombination eingibst? Oh, weil das Spiel registriert, wenn ich einfach nur schummel. Oh, nein. Das Spiel reagiert darauf? Das weiß, dass ich zu schnell mache? Nein. Oh mein Gott. Warum ist das Cheat Proof, Bro? Nein. Nur mal zurück zu MA. MA und die 5. Hier gibt es keine 5, Chat. Es gibt keinen 5. Eintrag. Das heißt, die 5. Am 10.8. haben mehrere Leute ein Buch ausgeliehen. Ja, und? Ja, und? Vielen Dank. Ich bin mein kleines Schweinchen, kleines Schweinchen. Bät das irgendeine Rolle für uns? D.S. kaputt. D.S. ist Deli Shovel. Man hat eher Mr. My Practice ausgelehnt. Kann ich Deli Shovel? D.S. ist Deli Shovel. Er hat drei Bücher ausgeliehen, daher fünf an die dritte Stelle. Aber wir brauchen noch vier Kombinationen. Äh, vier, vier Ziffern. J.P. Jonathan Pratt. Jonathan Pratt hat hier seine Handschrift hinterlassen. So weit sind wir. J.P. hat hier seine Handschrift hinterlassen und sagt, yo, guck mal, ich hab hier reingekritzelt und die erste Ziffer der Kombination bin ich, J.P. J.P. Und jetzt gucken wir, J.P., 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 das ist ja der Jonathan Pratt. Ähm, was hat er denn so ausgeliehen in der Vergangenheit? Der hat ausgeliehen, this is a pineapple und Greg the grape. Und Greg the grape ist... Haben wir nicht, glaube ich. Aber wir haben... Oh, das ist Greg the grape, ja. Okay, okay, okay. Und this is a pineapple. Haben wir doch auch. Warte. Die hat ja beide ausgeliehen, Chef. Das sind beides Bücher, die J.P. ausgeliehen hat. Sowohl Greg the grape als auch This is a pineapple. Ah. Und this is... The... 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 Aber das Buch, wo er sich reingekritzt hat, wo er sich reingekritzelt hat, das wurde ausgeliehen im Mai. Das heißt... Die erste Ziffer ist eine... Fünf. Haben wir das schon gemacht? Oh, wow. Das haben wir ja schon. Richtig gut, smart. Okay. Und die letzte Ziffer ist eine Drei. Also steht fünf und drei steht schon mal fest. Drei an erster Stelle? Wieso sollte die drei an erster Stelle sein? Was erzählt sie denn jetzt hier? Die drei ist doch ganz klar an letzter Stelle. Nein, nein, nein. Die Frage ist, was machen wir mit den beiden mittleren? Was machen wir mit den beiden mittleren Ziffern? Danke schön, Artie. Oh, T3. Sir, alles, was Sie möchten. Oh, oh ja. Oh, Baby. Vielen Dank für den fetten Sub. Danke für die 68 Monate. Hoffentlich geht's gut. Hallo. Hallo, Herr Streamer. Danke für deine tollen Streams. Dizzy, danke für die 37 Monate. Danke dir. Okay. Ab hier wird's halt total unübersichtlich, weil ich nicht weiß, was Ma heißt und was die fucking fünf soll, Browah. Michael Arkady. Michael Arkady. M.A. Und dann eine Fünf. Ah. Aber was ist mit der Fünf gemeint? Wir haben ja das Buch This is a Pineapple. Das hat er im Februar rausgeholt. Aber wieso die Fünf? Was bedeutet die Fünf? Was bedeutet die Fünf? Ma hoch fünf. Ma, 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 ma. M.A. hoch fünf. Weiß es nicht. Weiß es nicht. Hier haben wir auch nicht, der von euch angesprochene 10. Oktober ist hier auch nicht mit dabei. Euch. Als ob er komplett uninteressant wäre. Er hat drei Bücher ausgeliehen. M.A. M.A. Drei Bücher ausgeliehen. Aber was hat das mit der Fünf zu tun? Deshalb drei Stelle und da die Fünf rein. Oh, weee. Okay, 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 vielleicht. Aber nach diesem Prinzip müsste dann ja D. D.S. An der Nullten... An der... D... Aber was damit... Da müsste ja C.E. Die Eins an der... Oh, jetzt aufgepasst. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da müsste ja die Eins an der fünften Stelle sein. Nach dem gleichen Prinzip. Oh. Aber es gibt keine fünfte Stelle, wo die Eins hinkann. Aber es gibt keine fünfte Stelle, wo die Eins hinkann. Aber nur eine davon hat dieses Buch ausgeliehen, nämlich Chase Emerson. Nicht zu verwechseln mit Carson Emerson, der nur zwei Bücher ausgeliehen hat. Aber der hat sich... Warte. Die haben sich beide das Buch ausgeliehen. Moment. Zwei Bücher. An die zweite Stelle die Eins. Und Ma... hat... Drei Sachen ausgeliehen. Also an die dritte Stelle... D5? Wartet, wartet. Da stimmt doch was nicht. Wir übersehen D.S. Wir übersehen D.S. Es gibt nur eine Person, auf die D.S. zutrifft. Und zwar niemand geringeres als... Deli Shovel. Und laut Deli Shovel... Müsste... Drei Bücher ausgeliehen... An die dritte Stelle... Fuck. Hab's vergessen. Die Null. Aber das stimmt ja nicht. I'm lost. I'm actually lost. Fünf an erster und drei an letzter Stelle... Nur noch zwei Zahlen übrig. JP hat sich... An den Anfang eingetragen... Und hat drei Bücher ausgeliehen. Also vielleicht drei an erster Stelle... Wegen drei Büchern... Die Anzahl der Bücher... Die Anzahl der Bücher... JP hat drei Bücher... Warte. Eins, zwei, drei. Aber vielleicht nur die Anzahl der Checkouts? Was ist das Poltern? Monster. Okay. 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 Gehen wir vorsichtig davon aus... Dass es darum geht... Wie viele Dinge ausgeliehen werden. Dann fangen wir an mit drei... Und hören auf mit drei. Okay. Ich mag den Approach. Aber dann... Haben wir keine Möglichkeit zu wissen... Wer an die Stelle Nummer zwei... Und wer an die Stelle Nummer drei kommt. Right? Die Sache ist die... Wir haben... JP haben wir... Und Zahl drei haben wir. Das Problem ist... Wir haben noch drei weitere Bücher... Mit Initialen offen. Aber nur zwei offene Ziffern. Chat. Wir haben drei Initialen... Aber nur zwei Felder frei. Okay. Bei einem war doch Error. Ja, deshalb sollen wir das einfach aussortieren, oder was? Weil DS kann ich ja trotzdem finden... Über andere Bücher, die DS ausgeliehen hat. 015... Sind die Zahlen. 015... Digga, was? Bücher umdrehen. Das hat nichts auf dem Rücken. Glaub ich auch nichts auf dem Rücken. Das erste Buch, das JP ausgeliehen hat, ist Pineapple ausgeliehen von MA. Wenn JP es ausgeliehen hat, wie hat es dann MA ausgeliehen? Und der hat sich ausgeliehen... This is a Pineapple, Mr. McPrickton. This is a Pineapple, habe ich in meiner Hand. Da steht auch MA drin, mit der 5. Aber Mr. Malpractice ist... Hier ist Mr. Malpractice. Das hat sich sowohl MA als auch die S ausgeliehen. Ich muss jetzt mitschreiben. Wir gehen nicht anders. Michael Arcadi. Drei Bücher. In Klammern. Pineapple. Malpractice. Drink 5 Tints. Okay. Dann haben wir noch ein DS gehabt. DS ist Dilly Chevelle. Dilly Chevelle hat auch drei Bücher. Und zu denen gehört... Am the Person. Mystery of Missing. Und Pineapple. Die Pineapples wurden doppelt ausgeliehen. Okay, interessant, interessant. Dann haben wir JP. Äh, CE auch. Klar, CE. CE könnten... CE können... Beide CEs haben sich... Das gleiche Buch ausgeliehen. Deshalb wissen wir nicht genau, ob es sich um Carson Emerson oder Chase Emerson handelt. Einer von beiden hat 1, 2, 3, 4, 5 Bücher ausgeliehen. Der andere... 2. Hätte ich mir das Datum mit aufschreiben sollen? Doch. Ne. Wiss ich nicht. Fangen wir an mit... Fangen wir an mit... Carson Emerson. Zwei Bücher. Am the Person. Und Grown Attached. Nicht zu wechseln mit seinem wahrscheinlich Bruder. M begrüßen wir... Chase Emerson. Und Bücher. Und? Dann haben wir J.P. Offensichtlich Jonathan Pratt, drei Bücher, Pineapple, Greg the Grape, Homecoming. Das sind all die verdächtigen, Chat, mitsamt der Bücher, die sie ausgeliehen haben. Ich habe sie in den Chat gepostet. Und jetzt müssen wir die Hinweise zusammenfügen. Wir haben alles vor uns. Wir haben alles vor uns. Hast du die Schwierigkeitsstufe der Rest auch auf schwergestellt? Nein, die sind von Hause aus schwer. Checked out. Sie sind nicht da. Also nicht interessant, wie viele es sind. Um was geht es in dem Spiel? Um ein kleines Mädchen und Horror. Aber momentan ist der einzige Horror dieses Rätsels. Hast du es mal so probiert? Schau in das Buch. Die zahlen in dem Buch. Um die geht es. Du musst anhand der Initialen des Datums herausfinden. Suche alle Datums heraus und bringe sie in die aufsteigende Position. Vielleicht ist das der Code? Fallen dem Buch um die geht es. Nein, nein, nein. Du denkst wahrscheinlich so, die Eins bedeutet, das ist die erste Position beim Zahlenschloss. Aber, dann wäre das hier die fünfte Position beim Zahlenschloss. Und das Zahlenschloss hat nur vier Positionen. Das geht nicht. Mar ist der erste Buch. Mar ist das erste. Mar ist das erste Buch nach dem JP-Eintrag. Und dort steht eine 5. Also auf den ersten Platz. What? Mar ist das erste Buch nach dem JP-Eintrag. Dort steht eine 5. Also auf den ersten Platz und vielleicht so weitermachen? What? What? Warte, Datum. Gute Idee. Also. Wir wissen, dass unsere Geschichte mit JP anfängt. JP. JP. JP ist. Jonathan Pratt. Der hat sein Buch ausgeliehen. Am 12. Mai. Okay. JP. 12. Mai. JP. JP. Oder geht es darum, wann er jemals sein erstes Buch ausgeliehen hat? Weil das wäre ja dann der 29. April. Ich kriege Kopfschmerzen. JP hat sich Pineapple zuerst ausgeliehen. Also ist Pineapple der erste Platz. Aber wenn JP. Wieso dann MA in dem Buch? Gott. Wieso steht dann JP hier? Also geht es nur um die Bücher. Ja. Also geht es nur um die Bücher. Also geht es nur um die Bücher. JP hat Pineapple geholt und da steht MA drin. MA steht bei JP. Nein, nein, nein. Nein, stopp. Stopp. JP hat Pineapple geholt. Wenn JP Pineapple geholt hat, wieso schreibt er dann MA da rein? MA hat sich doch das Buch geholt. Beide haben sich das Buch geholt. Aber die Initialen stimmen doch nur von Michael Arcadi überein. Geh auf den drauf. Auf wen? Chat, ich bin kurz davor zu cheaten, weil ich glaube, das Rest ist scheiße. McMarie, danke für die 53 Monate. Ich habe gegoogelt und checke das Rätsel nicht. Das ergibt alles keinen Sinn. Wunderschönen guten Abend, ihr lieben Menschen und Hellstreamer. Danke für zehn Monate besteste Unterhaltung. Mach so weiter und bleib ja, wie du bist, weil so haben wir dich am liebsten. Danke, danke für die süße Message. Danke für die zehn Monate. JP Pineapple. 5 anstelle 1 im Zahlenschloss. In Pineapple steht MA mal Practice die Zahl. 2, 2 meuf. 5 anstelle 1-6 cm. 5 anstelle 1, 2, 3 mitiger liber금. 6 time. 3. 4 anstelle 1, 3 mitiger 1. 5 anstelle 1. 7 anstelle 1. Ich bin ein kleines Schweinchen, ein kleines, honriges Schweinchen. Schönen guten Abend miteinander. Hey Cor, danke für die 19 Monate. Anka, viel Spaß beim VOD gucken. Hallo Timtastisch. Itaco, wenn du noch einmal schreibst, das was MordTV sagt, aber ich sehe nicht, was MordTV sagt, dann muss ich euch ohrfeigen. Dann macht Copy, Copy von dem, was ihr mir sagen wollt. Ich habe keine Ahnung, wo MordTV das letzte Mal was geschrieben hat. Bro, wenn ich sehe, wenn ich sehe das, was XY sagt und dann gehe ich den ganzen Chat durch und ich sehe XY nicht. Bruder, das hilft nicht. Kopiere einfach hinzu, so als ob das deine eigene Idee wäre. Ich mache dich VIP, wenn es hilft. Das, was Porgerina sagt, das, was Yuki sagt, Yuki dreht sich im Kreis. I can't. I can't. Gib mir einfach die Lösung. Na, doch, doch. Ah, wisst ihr was? Wir hätten es auch von alleine gekriegt, aber fuck it. Gib mir einfach die Lösung. JP ist der Beginn. In JP-Liste an ausgeliehenen Büchern ist das erste Buch Pineapple. Das überprüfe ich jetzt. Das ist das JP-Buch, auch genannt Greg the Grape. So. Und JP steht für Jonathan Pratt. Erstes Rätsel und wir sind alle am Verkacken. Das kann ja was werden. Greg the Grape wurde sich in der Tat ausgeliehen von JP, aber er hat sich auch This is a Pineapple ausgeliehen. Deshalb gehen wir jetzt weiter zu JP. In Pineapple steht MA5. Okay, warte. Nein, nein, nein. Okay, wir haben das JP-Buch geöffnet, das Greg the Grape ist. Haben nach JP gesucht in der Datenbank. JP ist Jonathan Pratt. Jonathan Pratt hat sich in der Tat Greg the Grape ausgeliehen, aber auch This is a Pineapple. Deshalb gucken wir jetzt im Buch This is a Pineapple nach und finden im Buch The Pineapple MA5. Wenn man jetzt auf MA ausgeliehenen Bücher geht. Dann hat sich die Person in der Tat This is a Pineapple ausgeliehen und das ist das Neueste. Sagt mir das jetzt. Sumsi, danke für die 200 Biddys. Ich will's verstehen. Er hat sich... Und malpractice hat er sich auch ausgeliehen? Wieso hat es das bei JP noch nicht interessiert, dass er auch andere Bücher gehabt hat? Wenn die Verwirrung verwirrend ist, ist dann die Verwirrung von der Verwirrung verirrt. Jetzt schaust du, wer auch malpractice ausgeliehen hat. Niemand. Weiß ich nicht. Ist kaputt. JP, erster Eintrag ist Pineapple in Pineapple. Steht die 5 drin, also 5 an die erste Stelle. Galex, danke für die 32 Monate. Emo sagt, können wir irgendwie Cheater Town beschwören, damit er uns rettet. Ich hab oben den Erklärtext dazu. Ja, das ist schön. Hab ich zu viel versprochen, dass es schlimmer ist als das Münzenrätsel? Nein. Erst 5, dann jetzt die 0. Das ist doch Bullshit. Ich will wissen, wie es geht. Ja, das ist doch sehr, sehr, sehr. DS aus anderen Büchern suchen. Hab ich Deli Shovel. Und der hat sich ausgeliehen, Am the person their story. Hab ich nicht. Doch, hab ich. Hab ich. Dann nehm ich jetzt das Buch. Und dann. Dann. Dann suche ich nach CE. Und dann. The person the story. Und dann gehe ich zurück. Also eins auf die. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Okay. Cheater. Ihr tragt gegen Cheater. Danke. Dumm. 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 dumm ich schreibe nach einer richtig schlechte rezension wenn wir eine x-beliebige person auf der welt besuchen dürften wer wäre das der letzte teil die erste war genauso und wenn man da bestimmte sachen eingegeben hat je nachdem was man eingegeben hat hat sie unterschiedlich reagiert je nachdem was man eingegeben hat hat sie unterschiedlich reagiert und sie im rahmen des spiels heißt sie amanda aber ich glaube wir haben herausgefunden dass sie eigentlich einen anderen namen getragen hat früher hieß sie anders und wir haben ihren richtigen namen herausgefunden als wir den dahin geschrieben haben ist sie ist sie durchgedreht wally ist ihr ist ihr sidekick können wir mal probieren es muss eine bestimmte anzahl an buchstaben haben ich habe geschrieben ich würde gerne sie besuchen ich kann jetzt auf die lampe klicken aber ich stattdessen auf das schwein ich würde gerne den eiffelturm besuchen wir sollen jetzt den eiffelturm anklicken aber was ist wenn ich ich kann es nicht mehr schwein wir gehen zu paris auf der magische Train ok es sieht aus wie ein ticket in paris kostet 2 coins wir schauen was ich in meinem piggiebank was ist die beste Art von der piggiebank was ist die beste Art von der piggiebank ich kann die plugge aus oder ich kann es smash wir dürfen uns entscheiden ob sie ob sie ob sie das schweinchen zertrümmert oder ob sie den stöpsel zieht oh nooo warum amanda manchen hat ihr nichts getan ich hoffe sie hat den stöpsel smash okay this is gonna be fun good night mr piggy lasst count them together one two three four five i have five coins that's more than enough for our first stop Wir müssen nur zwei Coins wegnehmen. Kannst du sie counten? Der nächste Ort, wo ich gehen möchte, ist sehr speziell, weil es mir denkt, dass unsere Freundin Gretchen da. Gretchen? Los geht's zur Isle der Dölle! Wo kann ich das finden? Ja, das Ding mit den vielen Gräbern hier unten nehme ich an. Amra, dank für die 22 Monate. Wie viel habe ich verpasst? Nicht viel, wir haben gerade gecheatet, Silence. Weil wir sehr lange Zeit fürs erste Rätsel aufwenden mussten und das Rätsel war richtig doof. Ich zeig nochmal auf den Eiffelturm. Wow, planning this trip with you is going to take forever, isn't it? Looks like someone needs to brush up on their cultural knowledge. Machen sie weiterhin wütend. Ich werd immer wieder die gleichen Sachen anklicken. Warte, wir haben die Story verändert. Dadurch, dass ich immer wieder woanders hingeklickt habe, müssen wir nicht mehr auf die Insel der Toten Puppen. Wobei das eigentlich ganz cool klang. Sie hat erzählt, der Besitzer der Insel erhängt Puppen, um böse Dämonen auszutreiben und fernzuhalten. Wir nächsten Mal ist Mexiko City. Ein Ticket nach Mexiko City auf meiner Magik-Train kostet 3 Coins. Um... Anyway, das Ticket kostet 3 Coins. So, lasst uns das weg von was wir haben. 1... 2... 3... 3... 3... Oh nein, das sind alle unsere Coins! Und ich habe noch ein weiteres Ort, das ich besuchen möchte. Wir brauchen mehr Geld. Was werden wir machen? Wir brauchen mehr Geld für unsere Trips. Ich kann eine dieser für ein paar Coins verkaufen. Welche Figur, glaubt ihr, bringt uns die meisten Coins? Oh, das Hähnchen. Chicken, ne? Oh, wahrscheinlich. What's so funny, Mr. Rooster? Someone gave this to me when I was feeling really bad and scared. And it made me laugh. I hope he can go make someone else laugh. Oh? Wow, I got three Coins for Mr. Rooster. Okay, let's see how much our next destination costs. I love learning about history on my trips. Where can I take a tour and learn about Jack the Ripper? Ich? So? Sollen wir uns darauf einlassen? Oder müssen wir dann... Müssen wir dann irgendwas befürchten? We're going to London! A ticket to London is four Coins. And I only have three. I don't know where I'm going to get more Coins for my trip. I might as well not even go anywhere. Wait a minute. I have a coin in my pocket. Now I have four. That's enough for our last stop. No, no, no! Go away! Get this weirdo out of here! No, no, no! He ate one of my Coins! I want to go on my trip! Where can I find more Coins now? Bin ich gefragt? Ähm... Ja... Guck mal unterm Sofa nach! Wow, you're smart! Ich weiß! There's always all kinds of stuff in the sofa cushions! Richtig! Ach! Geh mal einer an, du! Hey, Tonki! Hallöchen! Oh hey! It's time to catch my train! Okay, wir gehen zum Eiffelturm. Wir gehen... Fuck, wo wollten wir denn noch hin? This is fine. To Jack the Ripper. But I wish I really could go see the world. Okay, ja, aber ihr seht schon, in welche Richtung es geht. Oh, Mexico City? Okay. Mexico City. Ähm... Eigentlich ist hier irgendwie darauf programmiert, so ein süßes, glückliches Kind zu sein, das so eine Kindersendung moderiert, aber sie ist nicht glücklich. Und das zeigt sich halt immer und immer doller. Und ich glaube, die Geschichte aus dem ersten Teil war, dass sie mal ein richtiges Mädchen war und an irgendwelchen Experimenten teilgenommen hat. Ich glaube, dass ihr Charakter, ihre Seele, dass ihr Ich irgendwie gefangen gehalten wird jetzt da, um dieses Franchise auszuschlachten. Irgendwie so. Muss ich jetzt Münzen finden? Wie läuft das? 0 von 10 haben wir. Jupp. Schauen, ob sich irgendwas geändert hat. Nicht, dass wir das Tape geguckt haben. Theoretisch könnten wir die Piggy Bank jetzt die ganze Zeit mit uns mitschleppen, aber... Wally, tat ihr leid? Ja, der arme Wally. Schweinchen? Neben den Monitor stellen. Auf das X drauf. Fehler. Und jetzt nochmal das Video gucken, oder... Was? Vielleicht soll man es diesmal nicht zerschlagen. Vielleicht soll man das Schwein diesmal nicht kaputt machen. Wenn das Schwein neben dem Monitor ist, ist es glücklich. Und unten auf dem Boden ist es nicht glücklich. Und schläft. Aber bisher habe ich keine Münzen gesehen, Chad. Ich glaube, hier gibt es keine Münzen. Vielleicht müssen wir ja nochmal das Video gucken und andere Entscheidungen treffen, die Amanda davon abhalten, so viel Geld auszugeben. Vielleicht ist das Ziel, am Ende des Videos noch 10 Coins übrig zu haben. Versteht ihr? Mach ich? Wenn unsere Aufgabe wirklich darin bestünde, 10 Coins zu sammeln, dann hätten wir doch schon längst über mindestens eine nicht ganz so gut versteckte Münze stolpern müssen. Das nimmt ihr mir doch bestimmt zu. Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass wir das Tape nochmal gucken. So war das jedenfalls im ersten Teil. Man konnte seine Antworten anpassen und dadurch hat sich dann die Umgebung geändert und die Geschichte. Wir probieren das mal so. Oh, man konnte es kippen. Right. Jetzt fragt sie, wen würden wir gerne mal sehen? Mama. Mother. Sie will wieder Licht anmachen. Wir konnten uns entscheiden zwischen Vorhängen und der Lampe. Okay, sie kriegt nur die Billow Trips, damit möglichst viele Münzen übrig bleiben. Okay. Du bist lieb zu dem Schweinchen diesmal, weil wir haben Freundschaft geschlossen mit dem Dickerchen. Oh, du bist kein Spaß. Und jetzt sagen wir wieder, Nein, nur Trips für zwei Dollar. Wow. Planning this trip with you is going to take forever, isn't it? Aber das haben wir davor schon probiert und da hat sie dann irgendwann gesagt, okay, wenn du nicht zu der verfluchten Insel willst, dann halt zu den, was weiß ich hier, zu den Pyramiden oder was, right? Darfst du ab jetzt eigentlich wieder festeres Essen zu dir nehmen? Ähm, ja. Aber ich krieg noch nicht alles zerkaut. Ich versuch mich so ein bisschen hochzuarbeiten. Ich esse jeden Tag Toast und heute hab ich versucht, so Schokopops zu essen, so Müsli-mäßig mit Milch. Das war hart an der Grenze. Musst ne Weile einweichen. Äh, okay, dann... Fuck, wo wolltest du denn hin? Ja. Diesmal verkaufen wir ein anderes Toy. Oh, nein. Doch. Oh. Ich glaub, das Hähnchen hat uns ziemlich viele Coins gebracht. Ich glaube, drei Stück haben wir bekommen für den Verkauf vom Hähnchen. Ich warte, die anderen beiden geben nicht so viel Geld, aber wir können das mal testen. Oh, den Teddy will sie gar nicht verkaufen. Den Clown will sie auch nicht verkaufen. Okay, so which one can I sell? Oh, ich darf nur das Hähnchen verkaufen. What's so funny, Miss... Come on, you know this. Wow, you really don't know anything, do you? Jack the Ripper killed at least five people in London in 1888. Busy guy. Oh, man, Amanda, du weißt ganz schön viel für ein Kleinkind. Und insbesondere... Also... So ein gruseliges Topic, meine Güte. Scheint dir nichts auszumachen. We're going to London! Vielleicht kann ich ihr helfen. Indem ich das Vieh anklicke, oder... Ich hab ihr geholfen diesmal! Ja, das stimmt, der wollte klauen, aber wir haben ihn abgehalten. Okay, all four are still there. Let's count how many we need to pay for the ticket to London. One, two, three, four. Oh, hey, it's time to catch my train. Diesmal haben wir aber nicht das Sofa nach Geld durchsucht und da kam vorher richtig viel bei rum. Wir haben all unsere Coins ausgegeben. Null von zehn. Was hab ich falsch gemacht? Müssen wir mit dem Opossum zusammenarbeiten? Was sollte hier stehen? Was hat so viele Buchstaben? Parents, Grandparents. That sounds like fun. I love to daydream about all the... We'll go to Paris! We're going to London! Wenn ich ihr diesmal nicht helfe, beklaut der kleine Mann sie, dann durchsuchen wir das Sofa und kriegen viel mehr Geld. No, no, no! He ate one of my coins! Down? Nö. Wow, you're smart! There's always all kinds of stuff in the sofa cushions! Ich kann die nicht aus der Hand klauen, Chelle. Guck mal, zwei bleiben übrig. Mal gucken, ob das Schwein, das mal zwei von zehn sagt. Öfter mal pausieren. Warte, geht das? Schwein sagt wieder Null von zehn. Was will das Schwein von mir? Es ist so unfreundlich. Mach ich denn hier? Während der Runde einfach pausieren, damit ich... Geht das? Der erste Teil ist schon zu lange her. Vielleicht hätten wir nochmal spielen sollen. WALL-E WALL-E WALL-E? Ja, wenn du ihn findest kannst. Ich liebe dich über all die Plätze, ich könnte... Ich denke, über all die Plätze, wir können gehen. Wir planen ein Reise. Ich habe Bilder von all die Plätze, ich möchte gehen. War das Ingame? Das Grappel? Ja, das war im Spiel. Aber ich glaube, es kam nicht aus dem Video, sondern aus der... Aus der Bücherei hier. Irgendetwas treibt sich hier herum. Bisher wurden wir aber glücklicherweise in Ruhe gelassen. Ich finde die Idee mit der Pause-Taste gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir... Vielleicht können wir das Video anhalten und sie dabei beklauen oder so? Ich habe Wuli geschrieben. Ja, ich glaube, dass... Ja, seht ihr hier? Wuli. Ich glaube, in der deutschen Übersetzung oder mit deutschen Untertiteln war es Wuli. Not sure. Aber im Englischen ist es Wuli. Darauf hat sie auch reagiert, als ich das eingegeben habe. Sie hat gesagt, haha, ja, den würdest du bestimmt gern treffen, wenn du doch nur wüsstest, wo er ist. Also sie... Weiß ich nicht, ob sie ihm was angetan hat oder so. I don't know. Vielleicht lebt er auch gar nicht mehr. Äh, wir drücken jetzt nochmal Paris. Wir konnten dem nicht aus dem Weg gehen. Aber wow! Es ist so dark in here! Should I open the curtain or turn on the lamp? Das ist eine gute Frage. Und ich bin mir nicht sicher, ob es da irgendwie... Gab es einen Unterschied? Je nachdem, für was sie sich entschieden hat. Ich glaube, sie hat zwischendurch Angst bekommen, als wir... War das bei der Lampe oder bei dem Vorhang? In einem der beiden Fälle hat sie irgendwie Angst gehabt vor ihrem Schatten oder irgendwas anderem, das unter ihr vorbeigehuscht ist. Bin ich sicher. Bei der Lampe hat man das Tier kurz gesehen. Ja, ja, ich glaube schon. Soll ich das anklicken oder pausieren, wenn das kommt? Da steckt er gerade die Schnute raus. Aber verändert das irgendwie die Welt um uns herum? Nee. Ist er der kleine Süße? Das ist viel besser. Jetzt müssen wir planen das Trip. Es gibt drei Plätze, ich will auf meinem Magik Train heute gehen. Erstmal, ich will sehen die Eiffel Tower. Wo kann ich das tun? Wir gehen zu Paris erst auf dem Magik Train. Hat diese Entscheidung einen Unterschied mit sich gebracht? Nee, oder? In beiden Fällen wird die Piggy Bank kaputt gemacht. Hallo, Morbus. Moin. Und danke für die 55 Monate. Vielen Dank. Wieso konntest du kein festes Essen essen? Ah, ich hatte eine Kiefer-OP. Jetzt musste ich einen Monat, anderthalb oder so, durfte ich nur Suppe und Brei und so ein Krams essen. Aber jetzt langsam bekomme ich das OK der Ärzte, dass ich auch wieder anfangen darf, den ein bisschen zu belasten und ein bisschen zu kauen. Okay. Wenn es egal ist, machen wir den Knaben kaputt. Hey. Schau kurz weg. Ich klau die! Los, wein! Wir klauen wir die. Ich darf die nicht anfassen. Auf dem Hammer stand was drauf. Oh, keine Ahnung. Warte, wieso hat er jetzt mitgezählt? Darf ich die Szene nicht skippen, wo sie, wo sie das aufzählt? Wo das Schwein kommt? Oh! Ich glaube, weil ich die Szene geskippt habe, hat er das plus fünf nicht registriert. immer wenn links unten das Schweinesymbol kommt. Ja. Ähm. Und wenn ich es jetzt wieder runternehme, verliere ich keine Coins, wenn sie welche ausgibt? Okay, der nächste Trip wird drei Coins kosten. Und wir haben nicht genug. Das heißt, es wird mindestens plus eins geben. Ne, wir verkaufen jetzt, glaube ich, was. To the Isle of Dead Dolls. Where can I find that? Our next stop is Mexico City. Hm? A ticket to Mexico City on my magic train costs three Coins. Oh. Anyway, that ticket costs three Coins. So let's take those away from what we have. One... Nein! Ich hab dich in Sicherheit gebracht, mein kleines dieses Schweinchen. Hast du noch die fünf Coins bei dir? Ja, okay, gut. Du bleibst hier. Kein Moment. Two, three. Oh, no. That's all... Okay. Fine. So bist du. Gleich verkaufen wir die Puppen und dann gibt's wieder Cash oben drauf. Das Hähnchen, natürlich. Das Hähnchen, natürlich. I hope he can go make someone else a laugh. Wow, I got three Coins. So, es ist gut, mein kleines Schweinchen. Gut, 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 gut. Ich helfe ihr nicht, wenn sie jetzt gleich angegriffen wird. Okay, let's see how much our next destination cost. I love learning about a history on my trips. Where can I take a tour and learn about Jack the Ripper? We're going to London! A ticket to London is four coins. And I only... Warte mal, hab ich's schon verkackt? Sie findet doch jetzt nur einen, eine Münze in ihrer Hosentasche und dann sind wir bei... Fuck. Bei neun von zehn. Wir müssen also... Das Opossum hat nicht angegriffen, richtig? Wegen der Lampe? Das Ding kommt wahrscheinlich nur, wenn ich mich für die Vorhänge entscheide. Leift das erst noch an? Oh. Warte. Okay, warte, 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 warte. Wait a minute. I have a coin in my pocket. Plus eins. Well, I have four. Yeah. Gut, gut, gut. Viel Spaß mit dem Opossum, meine Kleinen. We're at last up. No, no, no. Go away. Get this weirdo out of here. Wir helfen nicht. Es soll sie beklauen. Okay, und ja, okay, dann schaffen wir das doch noch. Sehr gut. Schau doch mal durch den Sofakissen nach. Da ist bestimmt noch was. Wow, you're smart. There's always all kinds of stuff in this Sofakissen. Yeah. Oh, bevor sie wieder welche wegnimmt. Okay. 12 von 10. Gute Arbeit. Oh, hey. Aber was machen wir jetzt damit, Chat? Lass ich das hier stehen? Oder soll ich das irgendwo hin transportieren? Ich weiß gar nicht, was... Können wir irgendwas damit bezahlen? Oder geht es nur darum, dass das Schweinchen mit dem richtigen... mit dem richtigen Zähler am Ende des Videos neben dem Monitor steht? Und dann hat Kaffeeautomaten oder so hatten wir gar nicht, ne? Kauft Chat ein Eis? Es muss exakt 10 sein? Nein. Nein. It's time to catch my train! Nein. Bündnis 10 Calliope, danke für die 35 Monate Vielen Dank für den Reset Ah, nein Neu von 10 wiederum Wäre das Frage, wäre das resettet worden Auch wenn ich Wenn ich es runtergenommen hätte Am Ende des Videos Oder hätte es dann seinen Zähler behalten Oh, Amanda Du fein Ich nehme noch weitere Vorschläge an Für dieses irre lange Wort Am Anfang Reagiert hat sie bisher nur auf Wooly und auf You Also ich würde gerne dich kennenlernen Ähm Opossum Freedom Auf reagiert sie nicht The world Er geht nicht da drauf Oh, wo Das mit den toten Puppen Isle of the dead puppets The world Trapper mit Space Ja, aber ich kann hier kein Leerzeichen Okay, ich kann Leerzeichen machen Ok, warte Folgende Frage Folgende Frage Oder Habe ich jetzt Habe ich Wartet Muss ich mir alle Muss ich mir alle Sequenzen angucken Damit es Den Zähler Jetzt macht er von alleine Ok, ok, ok Muss mir das nicht alles angucken Und jetzt will sie Geld abziehen Für Paris So Und das wären zwei Coins So Und zwei Coins Waren am Ende Des Durchgangs eben Zu viel Deshalb dachte ich Naja, das ist ja nicht schlimm Dass 12 von 10 hier steht Weil Dann behalte ich die 12 von 10 einfach Und ich stopse es nur ein Fürs Bezahlen der Paris-Reise Und danach stopse ich es ab Und bleibe auf 10 von 10 Und die Welt ist gerettet Aber Dann wurde es resettet Und ich dachte Oh fuck Aber es ist gar nicht so schlimm Dass es resettet wurde Denn Ich lasse halt einfach In diesem Durchgang Paris Ja Richtig? Ja Oder? Ja Dafür bezahlen wir Für alles andere nicht Wow Planning this trip With you Is going to take forever Isn't it? Leid, dass ich langsam bin Warte, haben wir schon bezahlt Für Paris? Scheiße Komm runter, das Schwein Ich glaube, wir haben schon bezahlt Für Paris Whoops Our next stop is Mexico City A ticket to Mexico City On my magic train Costs 3 coins Anyway That ticket cost 3 coins So let's take those away From what we have 1 2 3 Oh no That's all our coins And I still have 1 more place Jetzt Bein wieder rauf Ticken verkaufen What's so funny Mr. Rooster Someone gave this to me When I was feeling Really bad and scared And it made me laugh I hope he can go Make someone else laugh Check check Yo yo Gute Arbeit Eins für Mr. Rooster Okay Let's see how much Our next destination cost I love learning about history On my trips Where can I take a tour And learn about Jack the Ripper Jack the Ripper In London We're going to London A ticket to London Is 4 coins And I only have Warte, warte, warte Jetzt zieht sie sich Das Ding gleich Aus der Hosentasche Das heißt Schwein wieder drauf 3 I don't know where I'm going To get more coins For my trip I might as well Not even go anywhere Wait a minute I have a coin in my pocket Now I have 4 That's Hatte ich eben nicht viel mehr Egal Okay Okay Perfekt Jetzt ist total traurig Die arme Kleine Amanda Wird aber gleich Drei weitere coins In der Couch finden Und dann sind wir raus Hier I wanna go On my trip Where can I find More coins now Wow You're smart There's always All kinds of stuff In the sofa cushions Yeah 7 von 10 Okay So Ich hab Angst Dass wenn ich das Video Zu Ende laufen lasse Dass der mir das wieder Weglöscht Deshalb Ähm Frage ich mich Was genau wir jetzt Mit dem Schwein machen sollen Wahrscheinlich muss ich Das Video durchlaufen lassen Aber diesmal Kriegen wir eine neue Tape Eine neue Kassette Oder Es wird irgendwas anderes passieren Ich darf auf jeden Fall Nicht direkt wieder einstecken Weil sie ja jetzt Noch mal den letzten Trip bezahlt Wir lassen es noch mal Ein bisschen draußen Das Schwein kaputt machen Nein Ja Das sieht nichts Hallo Rave Moin Das ist fun Ich glaube Aber ich wünsche Ich wirklich Ich könnte sehen die Welt Oh shit Das nächste Tape Let's go chat Hi friends I'm I'm Amanda It's late Time to get ready for bed I can get ready by myself Hey Wait You can help me Before I can go to bed I need to put away my toys My d*** told me once That it's always nice to have Before I start in the morning Let's see how many toys We have to put away Can you count them? Ich soll ihre Ich soll ihre Spielzeuge zählen Äh One Try again You can do it Es sind vier Welche Holy Sorte kommt neu? Ich hab's vergessen Warte, warte Du versuchst Warte, warte Das ist eine Falle Das rieche ich doch bis hier hin Die Holy Sorte kommt neu Ich hab's vergessen Komma, du Frechdachs Belkelelex Belkelex Komma Du hast das nicht vergessen Denn die neue Holy Sorte Ist noch top secret Ich hoffe, du versuchst Hier nicht von Holy Partner Zu Holy Partner zu laufen Von Channel zu Channel zu gehen Und hoffst darauf Dass einer von uns Den Fehler macht Die neue Sorte zu spoilern Wir haben klipp und klar Gesagt bekommen Die neue Sorte Bloß nicht Vor dem 25. Mit der Community Diskutieren Ups, aufgefallen Du Schwein Ne, ne, ne In zwei Tagen Kann ich euch mehr sagen Aber heute noch nicht Keine Chancen Na, na, na Ähm Wollen wir sie irgendwie triggern? Als sie gesagt hat Mein Hm, hm, hm Hat mir immer gesagt Es ist gut Die Spielzeuge wegzuräumen Damit man Am frühen Morgen Wenn man aufsteht Alles sauber hat Das wurde ausgeblendet So alles Was mit ihrem früheren Leben Zu tun hat Wurde immer weggepiepst Ich weiß nicht Ob euch das aufgefallen ist Ähm Insbesondere dann Wenn sie Ich glaube Von ihren Eltern redet Oder von ihrem früheren Leben Im Allgemeinen Ähm Und manchmal kann man sie So ein bisschen triggern Indem man Was weiß ich Dad Oder Mom Oder sowas eingibt Hm Wie viele sind das? Many Okay Four Welches Spielzeug Packen wir als erstes weg? Vielleicht Erstmal den Frosch Time for bed Mr. Frog One Two Three Toys to go Let's put away Another one Warte die Reihenfolge Ist wichtig? X marks the spot Great work We're on a roll Which toy should I put away Next We better put him in his home Before a hunter shoots his little ears off One more to go Let's do it Boing 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 That was a lot of work Now I'm all set to get ready for bed Das Opossum hat beim ersten was geklaut An den Spielzeugen Warte was hat sie gefragt Ob sie sich erst das Gesicht waschen soll Oder erst die Zähne Erstmal gehen wir auf Toilette Is that really how you get ready for bed? Get serious Listen I'm just gonna go ahead and brush my teeth Okay Which toothbrush do you think I should use? I see nicht Egal Nice choice I love blue Now Will you help me find the toothpaste? Is it in the medicine cabinet? The bathtub? Or the toilet? Wir dürfen dir dabei helfen die Zahnpasta zu finden Ist die Zahnpasta in der Badewanne? Im Schränkchen? Oder in der Toilette? Und die klicke ich jetzt an Das wissen wir erst wenn du nachgeguckt hast Also los Warum solltest du die Zahnpasta dort finden? Warum solltest du sie nicht in der Toilette aufbewahren? Nein ich will die Toilette ausprobieren Okay du hast gewonnen Wir können es wegschicken Ich habe ihr geholfen Das freak tried to eat my Toothpaste That's disgusting Okay Time to wash my face Well I guess I'm all done in here Time to put on my PJs and hit the stack Which PJs should I wear tonight? Welche Pyjama Welchen Pyjama soll sie tragen? Inwieweit beeinflusst das Unser Video? Die einzigen Entscheidungen die wir bisher gehabt hätten Wäre Also die einzige die wirklich was ausmacht gefühlt War die ob ich ihr helfe oder nicht bei der Zahnpasta Hätte ich darauf verzichtet ihr zu helfen Hätte sie sich vielleicht nicht mehr die Zähne putzen können Ist es unsere Aufgabe dafür zu sorgen Dass sie einen richtig beschissenen Tag hat Oder Sollen wir dafür sorgen Dass es ihr richtig gut geht? Die Wolke? Seht ihr? Schon wieder Sie wollte gerade So ein bisschen Sich öffnen Und sagen Dass die Nächte besonders einsam sind Und dass es ihr nicht gut geht Und dass in solchen Situationen Sie oft darüber nachdenkt Was ihr zugestoßen ist Und dann wurde sie ausgebremst Und irgendwie neu gestartet Wovor haben wir Angst, Chad? Ähm Vor dem Finanzamt Ja, das ist wirklich schrecklich 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 Ich versuche zu sein Ich versuche zu sein und schreien mit den Lichtern Aber es macht mich so so alone Was hast du? Was hast du? Warte, eben hat sie uns noch gefragt ob Ich bin eine große Frau Ja, das ist wirklich schrecklich Ja, das ist wirklich schrecklich Ich hätte nicht ein Nachtlicht besorgen können Wenn ich das Video nicht hätte weiterlaufen lassen Und wir müssen wahrscheinlich das böse Dingens davon abhalten Ihr Kuscheltier zu klauen Ah, Hinweise Und Sonneblume X Kreis Und Sonneblume X Kreis Und Sonneblume Und Sonneblume Ah Und Sonneblume So oder Was ist mit denen los? Vielleicht hat der andere Kopierer andere Hinweise? Oh, er muss wieder rätseln Das kriegen wir hin Das wirkt nicht so schlimm wie wie das erste Mond, Sonne, Blume X Kreis X Kreis Welche Blume? Mit wie vielen Blüten? Mugi, danke für den verschenkten Zabaroni. Vielen Dank, hallo. Und zwar mit nur fünf Blüten. Mit fünf Blättern dran. Aber ich hab hier das mit den Sechs genommen. Vielleicht ist es, wenn ich den dann so hinwaschen. Ja. So. Diese Gänseblümchen-Symbole sind auch auf den Stühlen zu finden. Aber ich weiß nicht, inwieweit das für uns interessant ist. Wahrscheinlich gar nicht. Das sind acht Stühle. Mit diesen Symbolen. Ich glaube, wir müssen einfach das Tape nochmal gucken, Chad. Und dann wird sich wahrscheinlich da... Dann werden sich da noch mehr Informationen hervortun für die Rätsel hier hinter uns. Weil so kann man die unmöglichen lösen. Let's go. Wie viele Toys? Der klaut was. Oh, ich hab's recht. Der hat was geklaut. Was hat er geklaut? Let's do it! Was geklaut? Was hat er mitgenommen? Was hat er mitgenommen? Warte. Da waren gerade Sachen angeordnet. Das war wichtig. Wir gucken, was passiert, wenn wir ihm nicht helfen. Er wollte vielleicht klauen, aber kam nicht dazu. Wurde er normalerweise denen. Was hat er mitgenommen? Ich glaube, ich werde mein Gesicht verhauen. Aber was ist das Problem? Ich glaube, ich bin alles fertig. Jetzt, wo sie sich nicht die Zähne putzen kann, hat sie gesagt, werden wahrscheinlich ihre Zähne verfaulen und sie wird verhungern. Wovor haben wir Angst? Ähm... Lonely... Lonely... Lonelyness passt nicht hin. Wir haben Angst... Der Wahrheit? Oh. Darauf reagiert sie nicht, aber war eine gute. Wir haben Angst vor... Wooly. Wir haben Angst vor Amanda. Ja. You really think I'm scary? Thinking about something you're afraid of can give you nightmares. Especially when there's no one around to help you think about nice thoughts. Please hurry back soon. Okay, Chad. Sie braucht ein Nachtlicht. Wo kriegen wir das jetzt her? Ja. Wir haben ein Nachtlicht gefunden. Hey, voll gerne. Da. Seht ihr, wir haben gerade etwas erfahren, dadurch, dass wir geholfen haben. Sie hat Riley gesagt. Sie hat uns Riley genannt. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Name, den wir bei den optionalen Antworten mal nutzen könnten. Und dann schauen wir, wie sie darauf reagiert, wenn wir diesen Namen eingeben. Okay, hier passt Riley nicht hin. Wir versuchen mal, den Ball als erstes hinzupacken, um zu schauen, ob das Opossum den dann mitgehen lässt. Und wir versuchen zu pausieren, wenn wir das Medizinschränkchen aufmachen im Badezimmer. We better put him in his home before a hunter shoots his little ears off. Great work. We're on a roll. Which toy should I put away next? Time for bed, Mr. Frog. One more to go. Also er grabbelt da, aber er nimmt nichts mit. Wait, wait, wait. Hey, dabei haben wir bisher noch nie geholfen. Nice choice. I love lavender. Now, will you help me find the toothpaste? Is it in the medicine cabinet? The bathtub? Or the toilet? Uh, I don't think it's in there. Okay, sorry. Warte, pausieren! Aha! Blau, Blümchen, Sonne. Uh, ach so, das muss oben sein. Ah. Ah. Ah, eine obere und eine untere Reihe. Oh. Ah? Hm. Ah ja, okay. Blau, großes Blümchen, Sonne. Ja, so, das haben wir schon mal richtig eingestellt. Aber das ist komisch. Denn der Drucker hat was anderes gesagt, oder? Er kommt beim dritten Spielzeug. Oh, siehste, darüber habe ich, das habe ich mich auch gefragt, ob er beim dritten Spielzeug kommt oder immer nur beim Frosch. Wir könnten den Ball auch als drittes wegstellen und dann gucken, ob er mit uns kollidiert, der kleine Mann. What's in coming? Warum sieht man Ameisen näher in Kirchen? Weil sie Insekten sind. Für den nächsten Monat überlege ich mir, was besseres Größe gehen raus an alle Schweinchen. Jimdem, danke für die 56 Monate. Vielen Dank für dein Resub. Hallöchen. Okay, also dann war das hier nicht die Reihenfolge, sondern das Spiel teilt uns mit. Yo! Das sind die beiden Minispiele an dem Würfel, die du fertig machen sollst. Mach einmal das mit den Sonnen, Mond, Blume fertig. Und mach einmal das Kreis-X-Spiel fertig. Das Game mit den Kreisen ist auf der anderen Seite hier. Aber wir wissen nicht, was für ein Muster gebildet wird. Das Muster bekommen wir wahrscheinlich vom Tape genannt. Genauso wie wir hier im Medizinschränkchen die Reihenfolge für das andere Minigame genannt bekommen haben. How did you get in here? Who even are you? Go away! A little help here, please! That freak tried to eat my toothpaste. That's disgusting! Oh, I guess I'm all done in here. Time to put on my PJs and hit the stack. Oh, wisst ihr, was ich mir auch vorstellen? Nee. Nee, ich weiß nicht. Which PJ should I wear tonight? Das X-O-Spiel ist bestimmt das Muster vom aufgeräumten Schrank. Vom aufgeräumten Schrank. Welcher aufgeräumte Schrank? Mit den Spielzeugen am Anfang? Wovor haben wir Angst? Riley. Das ist der Name, den sie uns genannt hat. Uh, darauf reagiert sie nicht. Fuck. Äh. Mama. Papa. Parents. Police. Um. Darkness. Wow, that sounds really scary. Yeah. I bet you're trying not to think about it now, aren't you? Mhm. Thinking about something you're afraid of can give you nightmares. Especially when there's no one around to help you think about nice thoughts. Mhm. I try to be a big girl and sleep with the lights off. But it makes me feel so alone. What do you think? Should I just turn off the lamp and be a big girl? Or maybe you can find me a nightlight? Was haben wir dafür bekommen, dass wir ihr ein nightlight gegeben haben? Ich will zurück soon. Sie hat mich nur Riley genannt. Das war die Info, die wir bekommen haben im Austausch für das Nachtlicht, ne? Warte, ist da ein bestimmtes Muster drauf? Drei Sterne nur. Und ich bin ein big girl, der nicht ein nightlight braucht. Okay, ich mag eure Idee. Dass das hier wie ein Tic-Tac-Toe aufgebaut ist. Das heißt, hier ist nichts drin von Anfang an. Oh nein. Andersrum. Das heißt, hier ist ein Tic-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac. Das heißt, hier ist ein Tic-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac. Wir haben einen Würfel mit einem X. Und das Windrad sieht auch aus wie ein X. Warte. Die Puppe sieht aus wie ein X links oben. Und wir haben das gemacht. Nein. Ich weiß lust. Im Kurs. und der ball ist rund und das hässchen ist rund wartet wo kommen die hin ich glaube die sind beide habe ich schon beide rund hatte und was ist noch wie x der frosch macht so der frosch ist rechts unten okay es fehlt noch irgendwas exiges nein wartet stopp stopp chill chill chat wartet wartet der ball ist nicht wartet der frosch kommt rechts unten der große ball kommt links unten und unten unten ist das x und rechts unten ist das x und in der rechts ist mit rechts ist frei glaube ich ne doch ne 1 2 3 4 doch ich glaube mit rechts ist frei mitte links chat die beiden r2 d2 die c3 pos sind gekreuzt die sind auch nix so und bei dem wissen wir nicht so genau weil da kein spielzeug drin ist wir haben ein neues tape aber chat aber das reicht noch nicht also das ist noch zu früh ich will noch gucken was passiert wenn das opossum den ball klaut deshalb machen wir zuerst den würfel weg dann den frosch na er hat jetzt gegriffen immer dann wenn ich den frosch aufstelle greift er nach dem greift er nach den bellen ich glaube er kann nichts klauen einfach dann wenn ich am weitesten rechts bin und den frosch reinmache kommt er an und krabbelt hier rum aber wir haben ihn schon rum krabbeln lassen als er den frosch als letztes meinst du das macht einen unterschied er hat hier schon rum gekrabbelt als der ball drin war genauso wie in situationen wo der ball noch nicht drin gewesen ist und in keinem dieser beiden fälle hat er sich was geschnappt okay okay Which washcloth do you think I should use? Nice choice! I love blue! Uh, I... Why would you... Do you want to try the medicine cabinet? No! Now my teeth will rot out and I'll starve to death! Um... Amanda, darkness... Death! Wow, that sounds really scary! Please hurry back soon! I'm a big girl who doesn't need a nightlight! I'm a big girl who doesn't need a nightlight! I am a big girl who... That's who's so traurig! I'm a big girl who doesn't need a nightlight I'm a big girl who doesn't need a nightlight I'm a big girl who doesn't need a nightlight Weiß jemand, wie sie ihr... Weiß jemand, wie sie ihr Stofftee genannt hat? Vielleicht ist das auch noch ein wichtiger Name, den wir später benutzen können. Hallo, Leni. Mr. Rooster hieß das. Den können wir auch aufschreiben, Mr. Rooster. Hallo, Leo. Moin. Dolly? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Maybe? Irgendwie will sie diesmal nicht von alleine... Ich bin eine große Frau, die nicht ein Nachtlicht braucht. Ich bin... Beim ersten Mal habe ich ihr Zeug nicht gebracht und... Das Video war einfach zu Ende, aber diesmal besteht sie irgendwie drauf. Ich weiß auch nicht so genau. Oh mein Gott, ich hab's verbuggt, oder? Hab ich? Oh mein Gott, ich hab's verbuggt. Ich hab's verbuggt. Ich hab's verbuggt. Sie will nicht mehr, dass mir das lacht, oder nicht? No, no. Please. Sie ist gefangen in einem ewigen Loop. Und wir sind gefangen in einem ewigen Loop. Wartet, ich hab gerade eine kaputte Birne aufgesammelt. Was kann ich damit machen? Ich bin eine große Frau, die nicht braucht ein Nachtlicht. Ich bin eine große Frau, die nicht braucht ein Nachtlicht. Ich bin eine große Frau, die nicht braucht ein Nachtlicht. Okay. Okay. Bitte, schnell zurück. Ich bin eine große Frau, die nicht braucht ein Nachtlicht. Ich bin eine große Frau. Und ihr erkennen, was da draufsteht? Es ist viel zu dunkel für mich. Hackel bekommen? Und die Glühbirne? Und eigentlich auch neues Tape, das wir jetzt aber nicht angucken können, weil... Weil sie sich in dem Loop... Das war der alte Hinweis mit der Blume. Oh, I see. Okay, danke. Mal sehen, wo genau er uns rauslässt. Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich dachte gerade, wir müssen alles nochmal neu machen, aber... Hat sich alles verändert? Patience ist eine sehr gute Qualität zu haben. Patience ist eine sehr gute Qualität zu haben. Es bedeutet staying calm, even wenn etwas oder jemand bothers you over and over again. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Well, this project is going to take a long time. Have a little patience, Willy! Well, I still think we could use a flashlight or something. I'm gonna bump into something. You can go back inside if you want. You don't have to be out here with me. What's something you have built that took a lot of patience? Why would you waste your time doing that? I can't wait to see what birds come to visit. What's your favorite kind of bird? Äh... Was ist unser Lieblingsvogel? Ähm... Mh... Crow Pigeon... Taube Adler... Krähe... Boah, Krähen sind schon ziemlich cool. Raven? Pinguin? Woolly? Dann dreht sie durch, weil sie ihn hasst. Aber wir können... Wir könnten Woolly eingeben. Okay, einfach nur um sie zu triggern. Woolly. I like those too! Let's get started! The first thing we have to do is cut the length of the woods. To the right size. What tools should we use for that? Äh... Was für Werkzeuge wir nehmen für das Vogelhäuschen? Äh... Ich mein... Dann müssen wir das erstmal zurechtsägen. Right! We'll use the saw to cut the wood. Ja! Ähm... Shouldn't we have some kind of supervision when we're using tools? Thanks for the tip, Willy. Now let's cut that wood. You have to have a lot of patience and make sure you measure everything before you... Wow! That was hard work! Okay! Now we have to put the pieces together with nails. What tools should we use for that? Wie kriegen wir die Bretter jetzt zusammen genagelt? Ist das so ne Nagelpistole? Ja, los geht's, Amanda! That's right! We'll use the nail gun to attach the pieces! Whoa! Eww! 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 coś getting there! In S Thankfully! Eww! 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 Eww... Eww! E... Eww! 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 blau-pink-pink-blau. Gut, ich sag mal, die meisten von euch sind dafür, dass unser wunderschönes Häuschen... Ich hätte nicht fragen sollen. Keine Ahnung, was die meisten Votes bekommen hat. Ähm. Rot. Rot. Dann sieht man später die Blutspritzer nicht so doll. Hervorragend. Pink? Okay. Ich liebe Lavender. Okay, now what tool should we use to paint the birdhouse? Good job. This is going to be so pretty. Okay, this patient's thing is going too far. Get him to go away. Können wir jetzt anklicken? Er will die Farbe essen. Können anklicken und verscheuchen. Aber... Oh, what a mess. I don't even want to do this anymore. Forget it. Come on, Amanda. How about a little patience? Let's get cleaned up and paint this birdhouse. Oh, and it cuts it. Oh, and it cuts it. The activity that takes a lot of patience is hunting. Look at Miss Cat hunting the birds. She is being very patient. She's getting really close to the pretty birds, Amanda. Should we warn them? What do you think? Should we warn the birds or let Miss Cat keep going? Oh, nein, Chad. Wir müssen uns entscheiden, was wir machen. Die Mama-Katze will die Vögel töten. Aber die Mama-Katze ist eine Mama-Katze. Das sind lauter kleine, runde Babys auf dem Zaun, die alle Hunger haben. Wollen die Vögel sterben, damit die Babykatzen was zu essen bekommen? Ich dachte, ich hätte dich ausgemacht. Was ist denn hier los? Ich könnte mir vorstellen, dass die Katzen irgendwo durchgefüttert werden und nicht unbedingt auf die Vögel angewiesen sind. Aber wer weiß. Kat und ihre Familie müssen nachher essen. Wen verscheuchen wir? Wir machen gar nichts. Und es folgen viele weitere angespannter Bizeps. Ey, angespannter... Naja, das sieht man eh nicht bei mir. Stefano, danke für die drei Monate. Vielen Dank fürs Verlängern. Hallöchen. Ich muss mich entscheiden. Ich dachte, ich kann einfach abwarten und zugucken. Scheiße. Naja, dann... Was? liner wow wow willie great idea to warn the birds i didn't mean and now nobody's using the birdhouse we're going to have to sit here all day waiting for them to come back that's going to take a lot of don't say it okay großartig haben wir das gefühl dass sich irgendwas geändert hat bis auf die äffchen sie sollen alle die gleiche pose machen chat versteht ihr sie sollen alle die sollen alle wahrscheinlich gibt es drei also es gibt drei affen mit drei posen und wahrscheinlich kommen diese drei posen auch im video vor je nachdem wofür wir uns entscheiden heute we are working on a very special project is a project that will take a lot of patience i like those two let's get started the first thing we have to do is cut the so So. Irgendwas wird... Warte, 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 warte. This is going to be so pretty. Ah! Ah! Okay, kommen uns diese... Körperhaltungen... bekannt vor. Wartet, nein, 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 nein. Das sind die Sinne. Einer hört nicht. Einer, einer. Nein. Warte, einer hört nicht. Einer sieht nicht. Einer spricht nicht. Oder schmeckt nicht. Weiß ich nicht. Irgendwas mit dem Mund, mit den Augen und mit den Ohren. Die Augen, die Augen, die Augen. Oh, ich hab's verpasst. Die Augen werden das gewesen bestimmt. Egal, wir wissen Bescheid. Nicht so runter. Wir verscheuchen ihn dieses Mal. Wir verscheuchen ihn dieses Mal. I'm getting really sick of that guy. Come on, let's paint this burn house. Wow, that looks great. Now we just need to be patient while we wait for some birds to show up and use the house. Look. They're so pretty and their chirps are so quiet. See how she stalks them slowly. She's showing a lot of patience. Hält er sich gerade den Mund zu? Oder sind das eher so die Wangen? Ich bin mir nicht sicher. Was sagst du dazu? Hm? Jetzt hält er sich den Mund zu. Aber es passiert nicht. Hm. What a good mama cat. I think I'm gonna be sick. Okay, folgende Theorie, Chad. Folgende Theorie. Wir müssen in einem Durchlauf, in ein und demselben Tape, all diese Eindrücke aus dem Video mit Affen verbinden. Enden wird das Ganze mit dem hier, weil die, weil die Katze gefressen wird. Äh, die, die, die Vögel gefressen werden. Wir müssen aber vorher noch den hier genauso wie den hier auftreiben. You're listening to K. What? Wie, hä? Die Hosenfarben? Die sagen nichts. Blau, rot, gelb. Chat. Blau, rot, gelb. Was soll das? Nee, 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 nee. Was ist, wenn du statt einem Vogel Wenn ich Affe eingebe Wenn sie mich fragen, von welchen Vogel ich am meisten mag. Patience ist eine sehr gute Qualität zu haben. Patience ist eine sehr gute Qualität zu haben. Das bedeutet, auch wenn etwas oder jemand bothers Sie über und über und über. Heute, wir sind ein Birdhaus, so mehr wird kommen in den Yard. Warum sind wir hier bevor der Sonne ist? Es ist so dark outside. Well, das Projekt ist going zu lange Zeit. Hab ein bisschen Patience, Lilly. Well, ich glaube, wir könnten ein Warum geht das Radio immer wieder an? Ich glaube auch beide müssen die Bewegung machen, sah so aus auf dem Papier, aber sie machen nie die gleiche Bewegung, oder doch? Mein Lieblingsvogel, Bird. Ich liebe das, auch. Los geht's, die wir müssen machen, ist die Länge von den Wäldern zu den richtigen Größen. Wasst die Wäldern muss ich für das? Right, wir brauchen die... Wie lange zockt haben wir das Game schon? Noch nicht so lange, noch nicht so lange. Was ist, wenn wir rot nehmen und dafür sorgen, dass sie damit bekleckert werden, damit es so aussieht, als wären sie blutverschmiert? Was? Wo Woody gerade was von zu dunkel meinte, ist die Lampe neben dem TV neu und kannst du die anmachen, wenn er das sagt? Hä? Hä? Ja. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie da steht. Nein, ihr müsst bekleckert werden, damit ihr beide die gleiche Haltung einnehmt. Sorry. Beide halten sich den Mund zu. Beide halten sich den Mund zu, Chat. Oh, beide gleichzeitig. Oh, was ein Biss. Zu Maxi, danke für die vier Monate. Vielen Dank für den Resort, ein paar Löchen. Vergiss es! Kommt, Amanda. Wie geht es? Also, ihr hattet recht. Es müssen tatsächlich beide gleichzeitig so machen. Let's get cleaned up and paint this bird house. Wow, that looks great. Now we just need to be patient while we wait for some birds to show up and use the house. Look! They're so pretty, and their chirps are so quiet, so peaceful. Another activity that takes a lot of patience is hunting. Look at Miss Cat hunting the birds. She is being very patient. Als die Vögel gefressen wurden, haben sie jetzt nicht so dolle darauf reagiert, oder? Yeah, we're really close to the birds, Amanda. Should we warn them? What do you think? Should we warn the birds or let Miss Cat keep going? Miss Cat and her family have to eat after all. Will die angerollt kommen? Süß, ne? Die fand's toll, er fand's zum Kotzen. Das Radio. Das Radio. See how she stalks them slowly. She's showing a lot of patience. Das mit dem Mund habe ich schon, das machen nicht beide. Die Augen eines Killers. Okay, 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 okay. Aber vielleicht können wir in der Tat auf die eine oder andere Art und Weise unseren Raum benutzen, um den Inhalt des Videos zu verändern. Wir starten den Anfang jetzt mal mit der Lampe aktiv und gucken, ob Sie es etwas gemütlicher haben. Und ich bin Wolli. Today we are working on a very special project. It's a project that will take a lot of patience. Patience is a very good quality to have. Patience is a very good quality to have. It means staying calm, even when something or someone bothers you over and over again. Today we are building a birdhouse, so more birds will come to the yard. Why are we out here before the sun is up? It's so dark outside. Jetzt ist gerade von alleine ausgegangen. Und jetzt habe ich angemacht und das Video verändert sich in der Tat. Oh, my eyes. Hey, warte, ist er fertig jetzt? Oder schmuck? Okay, wir haben sie gerade erfolgreich geblendet. I can't wait to see what birds come to visit. What's your favorite kind of bird? Um, jo. Um, jo mama. Riley habe ich schon gemacht, darauf reagiert sie nicht? Weiß ich nicht, ob sie überhaupt ist. Wartet. Hier wird nichts weiter passieren, korrekt? Wir nutzen das Saw, um das Wood zu kümmern. Wir lassen ihn das Zeug ausschützen, äh ausschützen, ausschütten. Dann machen wir beide so. Und dann müssen wir noch irgendwie das Radio ins Spiel bringen, wenn die Katze kommt. Oh shit, ach du bist schon. Ach der merkt sich das. Soll das Radio extra laut sein oder soll das Radio extra aus sein? Nein, eins von beiden. Was fehlt denn noch? Beide, wie sie sich die Haare raufen oder an den Ohren festhalten. Lautstärk ist immer noch auf Maximum. Beide, wie sie sich die Haare raufen. We wait for some birds to show up and use the house. Oh! Look! They're so pretty and their chirps are so quiet so Aber hier verändert sich nichts, Chad. The other activity that takes a lot of patience is hunting. Look at Miss Cat hunting the birds. She is being very patient. She's getting really close to the pretty birds, Amanda. Should we warn them? Should we warn them? Should we warn the birds or let Miss Cat keep going? Miss Cat and her family have to eat after all. Chad, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. It doesn't work. It doesn't work. It doesn't work. Ja, es muss irgendwas anderes sein. Wir brauchen nur noch diese eine Stelle, wo sie sich die Ohren zu halten. I like those too. How would we cut wood with that? Right. We'll use it. I guess you could use that, but there's a better tool. That's right. I love blue. Okay, now what tool should we use to paint? Ja, wir haben hier ein Radio auf der Werkzeugkiste, Chad. The birdhouse. I think that would get pretty messy. Chad, wir haben hier ein Radio. Good job. Wartet. This is going to be so pretty. So. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die Musik ganz laut auf... Ganz laut aufdrehen, damit das Radio hier drinnen richtig laut wird. Das ist meine Chance in allen, was hier passiert nicht. Warte, 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 warte. Jede Sekunde müsste das Radio jetzt auch richtig laut werden. Warte, warte, warte. Warte,FE Okay, okay. Ich bin der festen Überzeugung, dass es für diesen Park keine richtige Lösung gibt. Ähm, alternativ könnte es natürlich auch sein, dass unser, unser Speicherstand gerade wieder ein bisschen verbuggt ist. Hier ist das Rad ja auch schon da. Vielleicht müssen wir es ein bisschen früher ansprechen. Sie schläft gerade. Es muss mit diesem Radio zu tun haben. Liest er den Chat, du warst so nah dran. Kann ich daran liegen, dass du schlechten Rätseln bist? Es muss verbuggt sein, Kappa. Bubbles Hirn ist verbuggt. I love blue. Okay, now what tool should we use to paint the birdhouse? Good job. This is going to be so pretty. Okay, this spacious thing is going too far. Get him to go away. Okay, Kleiner, diesmal musst du weggehen, weil vielleicht kann ich sie erst mit dem Radio erschrecken, wenn du weg bist. Ist immer noch auf maximaler Lautstärke. I'm getting really sick of that guy. C'mon, let's paint this birdhouse. You're listening to Creator D.D. 97, bringing you all the pop rock country tales from the 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, and 2000s. That looks great! Now we just need to be patient while... ...Kensdale's only radio station. Doing a little under the weather? Well, I'm Dr. DJ Brandon A.M. here to let you know I've got the cure. We'd wait for some birds today. It's free of charge. Make the radio first off and then, when it's so weit is, it's on and you're in luck. Show up and use the house! Look! They're so pretty and their chirps are so... quiet. So quiet... ...so 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 quiet... Ah ja, wir haben sie. Begleitung hat gesagt, sie hätte draußen etwas gesehen und wir sollen uns in Acht nehmen vor dem Ding, von dem sie uns erzählt hat. Wir warnen die Vögel. Ich bin Amanda. Ich bin Amanda. Willi. Today we are playing Bandits. Come on, where did you hide the loot? Careful, or you'll break it. Willi, you're a pretty boring Bandit. Bandits hide all kinds of things in the woods. It's fun to go look for treasure. But you should probably tell someone where you'll... Never tell anyone where you're going. They might get to the treasure before you do. There's a legend that there is a special toy hidden deep in these woods. Which direction should we go to find the treasure? Richtung Norden? Oh oh. Hehehehehe. North. I think you're right. Let's go. Oh, I have a good feeling about this. Where should we dig for the treasure? Eigentlich... Yeah? Yes, that marking match is the one on the map. Let's dig. Great. Here we go again. Seriously? Who is that guy? Das Spiel wird noch Angst vor uns haben. Äh, ja, wenn wir erstmal angefangen haben mit den Rätseln richtig aufzuräumen. Hehe. Hoffentlich haben wir noch genug Zeit dafür. Bisher weiß ich nicht. Hab ich mich ein bisschen dusselig angestellt. Äh, Rastor, dankeschön für die neun Monate. Vielen Dank für dein Resub. Hallöchen. Schönen guten Abend. Totale, Yvonchen. A little help here. Nein. Ja. I told you to be careful. Ugh. Now my shovel's broken. It's a good thing I always carry extra supplies. You never know what you're going to need on an adventure. What can I use to fix my shovel? Um. Schieber? Good job! We can use the wood glue to fix the shovel. Okay, bandits. Let's get to digging. Amanda, I don't have a shovel. Bandits should always come prepared. I guess you'll have to use your hands. Whoa. Whoa. We did all that digging for this? Maybe this was important to someone once, but not anymore. Come on, Willy. Let's get out of here. Uh, Amanda? A little help here? Are you still up there? Oh. Chet! Willy wurde vergessen, da unten in der Kube. Actually, you know what? No, I'm not done treasure hunting. I really thought we'd find something special and you didn't help me at all. So you'd better find something good for me. Do you have a treasure out there, that will make me happy? Tick, tock, tick, tock, tick, tock. Time's running out. Warte, warte. Ein Geschenk, das sie wirklich glücklich macht? Ähm. Also, das Bärchen hat sie gern gehabt in ihrem Schlafzimmer und Mr. Rooster hat sie früher immer glücklich gemacht, aber sie war bereit, ihn zu verkaufen. Ähm. Ich schlage vor, dass wir einfach wegrennen. Ähm. Aber ich weiß nicht, ob das Monster das... Den Teddy, weil sie mit ihm einschläft? Aber der macht sie nicht wirklich glücklich. Sonst wäre sie doch bei... Sonst hätte sie viel bessere Laune, oder? Nicht Rip. Nicht Rip. Nicht so lange ich mich bewegen kann. Eckt. Dieses Kuscheltier hier sieht aus wie das, was sie ausgebuddelt hat. Nur, dass das, was sie ausgebuddelt hat, schon richtig schmuddelig und halb zersetzt war. Aber ich bin mir sicher, es war ein Woolly-Kuscheltier. Und ich bin mir sicher, das hat irgendwann mal ihr gehört. Aber dann hat sie es begraben und hinter sich gelassen. Aber tief in dem Herzen bedeutet ihr das vielleicht immer noch etwas. Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht mehr daran, dass das mal ihr gehört hat, weil es so schmuddelig ist. Wenn wir das hier rauskriegen würden und ihr das hier geben würden, wäre das bestimmt die richtige Antwort. Aber dafür bräuchte ich etwas, mit dem ich den Glaskasten zerstören kann. Und ich weiß nicht, und ich weiß nicht, wie wir das tun. Ich glaube, dass diese Woolly-Kuschelfigur das ist, was sie haben möchte, auch wenn sie es selber nicht war. Ob ich genug Zeit habe, das ist eine gute Frage. Ich traue mich nicht so richtig in den Raum zurück, weil hier das Monster ist. Aber ich glaube, sie blufft nur. Sie sagt halt Getting tired, I'm getting tired, aber es passiert nichts. Tick, tock, tick, tock, tick, tock. Time is running out. Ich glaube nicht, dass ich es mit so einer Wie kriegen wir das da raus, Chat? Mit der Fackel? Ähm. Ich glaube, die gab es hier nicht mehr. Die gibt es irgendwie nur in so einer Zwischenphase. Das Sparschwein sieht schön schwer aus. Nein, das ist kaputt, das kann ich nicht mit. All diese Antworten sind scheiße. Ich bin mir nicht sicher, was wir machen können. Ich sehe nichts, mit dem wir Zerstörung Globus, Fackel, Sparschwein. den Drucker befragen, was wir jetzt tun sollen. Gute Idee. Oh, oh Junge. Ich denke, also von dem, was uns zur Wahl steht, denke ich, ist der Bär die sicherste Option, weil sie mit dem schlafen geht. ja. Wahrscheinlich würde ich auch zum Bären tendieren, wenn es keine Möglichkeit gibt, an das Schaf ranzukommen. Hm. Ja, ich stimme euch zu. Aber den Rooster hat sie verkauft, also wertvoll. Ähm, sie hat gesagt, der hat ihr früher hier bedeutet. Sie war bereit, dazu, den zu verkaufen, also eh. Wir probieren es mit dem Teddy, okay? hat mich das Bessere. Bitteschön. Okay. Alright. Gut zu wissen. Sie, ähm, mochte unsere Antwort nicht. Wartet. Jetzt? Nicht von vorn? Wartet. Muss ich von Anfang anfangen? New Game gedrückt? Habe ich? Warte, warte, warte. Der muss mich doch vorwarnen, dass er was überschreibt. Nein, 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 nein. Amanda, the Adventure, zwei. Chat, ja? Nein, du hast es schon auf Continue gedrückt. Okay. Okay. Du kannst instant die Lösung eingeben, aber dann muss ich ja noch mal die ganzen blöden Tapes durch. Nein, ich habe mir nur die Lösung nicht gemerkt. Drei 0, 1, 5, 0, 1, 2, dachte ich auch gerade. Danke, okay. Hm. Hm. Hm, hm. Vielleicht können wir jetzt Riley eingeben, direkt von Anfang an, und die Infos benutzen, die wir bekommen haben, um ein paar Tapes zu überspringen. Hast du schon den ersten Teil vergessen? Hi friends, I'm Amanda. Have you ever wanted to go far, far away? Well, we can. At least in our imaginations we can. With my magic train. If you could visit anyone in the world, who would you go see? Riley. Darauf reagiert sie nicht. Muss ich alles neu machen? No way. Was hat sie uns noch so an Infos gegeben? Riley? Ich glaube, es war nur Riley. Mehr hat sie gar nicht groß erzählt. Wo würden wir hingehen? Treasure hunting, maybe? Oh, die hatten wir schon. Okay. Oh, die hatten wir schon. Ich liebe dich über all die Pläser, die ich nicht hätte gedacht haben, über all die Pläser, die wir... Hm. Okay. Hey, warte. Chat, hier hat sich doch was verändert. Chat, das ist nicht genau wie der erste Playthrough. Hier hat sich was verändert. Guck doch mal, guck doch mal. Ja? We'll go to Paris first, on the Magic Train! Yeah? Die Magic Train zuerst... Paris. Scheiße, was? Ich kann die Teile drehen mit der rechten Maustaste. Angeblich. Oh, ich muss die... Oh. Oh, süß. Ah ja. Ne, warte mal, der Start ist hier hinten. Okay. Erst Richtung Paris. Erst Richtung Paris. Selbstverständlich. Na, das ist doch süß. Das kriegen wir noch. Ich mach bestimmt schnell hin. Ich mach bestimmt schnell hin. Oh, das ist doch... Oh, lass mich kurz überwürgen. Das Ende der Reihe. Ich mach mich nicht. Ich mach es mir nicht. Ich mach es dir. Wartet, ich verstehe das nicht ganz. Warte. Wir fangen an bei Start. Da ist die Station, da steht Start. Da fahren wir los. So, dann müssen wir unter dem Paris-Banner hindurch. Fahren hier an Mexico vorbei. Aber das darf ja da noch nicht vorbei sein. Das ist wrong. Wrong, wrong, wrong. So, wir fahren hier. Straight durch Richtung Mexico City. Passieren das? Was ist hier mit? Keine Ahnung. So, dann geht's weiter Richtung London. Okay. Und hier ist dann das Ende. Nein, da ist der Start. Wo wir das Spiel auch beenden oder nicht? Ich glaube schon. Würde mich aber interessieren, was passiert, wenn wir in die Höhle reinfahren. Und eigentlich sieht es auch so aus, als ob wir hier das Spiel beenden sollten. Wartet. Es geht los. Okay. Also so ist es jetzt genau richtig. Wir fangen hier bei Start an und passieren die Finish Line. Allerdings lassen wir auf diese Art und Weise die Höhle komplett außer Acht. Und vielleicht ist die Höhle so viel cooler. Wir bereiten eine kleine Überraschung für sie vor. Wir bereiten eine kleine Überraschung für sie vor. Pfff. Moment. Diese 61 Monate waren die besten 61 Monate ever. Zehn Zehntel Imprubent. Hey, danke Mittelgrau für die lieben Worte. Danke für die 61 Monate. Hallöchen. Hm. Es? Was? Was? Okay. Jetzt ist alles genau so, wie es sein soll. Ich habe gelogen. Ich habe gelogen. Ich habe gelogen. Es ist nicht so, wie es sein soll. Sorry. Jetzt. Ich habe ein Achievement bekommen. Aber weiß das alles, weil... Dann müsste ich ja nochmal alle Tapes durchspielen. Ich habe gelogen. Ich kann nicht mit einem anderen Tape weitermachen. Wenn man da reinfährt. Vielleicht müssen wir nicht unbedingt mit Frankreich anfangen, sondern wir dürfen das verteilen, wie wir möchten. Und sobald wir das verteilen können, wie wir möchten, haben wir Möglichkeiten. Lass uns das nochmal kurz testen. Ich konnte das nicht aus. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich kann das. Einmal. Das war's. Das war's. Umplatzieren während der Zug fährt, geht glaube ich nicht. Vielleicht kann ich das klüger machen. Kann ich's klüger machen? Löwenzahn. Okay. 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 Ich glaube davor war's schon besser. Okay. Shut up. Shut the fuck up. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf die Sache nicht entfernen, leider. Ja, naja. Okay, vielleicht für später. Ah, ganz schön knifflig. Ich dachte, zwei Stunden, Bro. Oh, äh... Hm... 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 Hey, der Baum. Äh, ja... So spontan ist immer schwierig. Am besten über die Mods oder per Privatnachricht erst mal schicken, damit wir das abchecken können. Danke dir. So spontan bin ich da kein Fan von, ohne einen Blick draufzuwerfen. Äh, danke für dein Verständnis. Okay, ist egal. Wir stecken jetzt das andere Ding ein. Ich glaube, dafür müssen wir das jetzige Tape erst mal durchspielen. Sechs Stunden hast du für das Ding gebaut? Oh, ah... Looks like... All right. See. The owner of the... Our next stop... What's so fu... We're going to London! Okay, jetzt das neue Tape. Guten Morgen, Birdie! Gelb-Gelb-Weiß-Rot. Gelb-Gelb-Weiß-Rot. Gelb-Gelb-Weiß-Rot, hab ich mir gemerkt. Und das Ding ist wieder da. Gelb-Gelb-Weiß-Rot. Gelb-Weiß... Das Ding ist immer noch da, das ist nicht gefunden. Das wurde jetzt auf... Hm. Was ist das? Ja, nicht so. Oder? Hm. Hmm... 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 Davon muss ich mir das wieder nochmal angucken. Sie trägt interessanterweise den Smiley-Pyjama. Vielleicht spielt der eine wichtige Rolle. What should we do first? Pillow fight! He didn't see that coming. Okay, let's get serious and finish making the bed. Can you help me smooth out the blanket? Looking good! It's nice not to have to do everything by myself. Every morning I like to think about what adventure I might want to go on that day. What kind of adventure would you like to go on today? Mhm. Hm? Sie hört uns zu, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Ja. Ich will... Ich will... Piratenabenteuer erleben. Hm. 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 Pfff. That sounds great! I think I'm going to need my backpack for that one. Hm. Where did I put it? Pfff. You found it! You found it! Huh? I'm starving. Habt ihr gesehen? Da waren schon wieder Gänseblümchen und so. Vielleicht waren die Muster wichtig. Ich? Aber ich war zu langsam. Was essen wir am liebsten zum Frühstück? Zum Frühstück? Ähm... Wir essen... Pizza? Akzeptiert sie nicht. Bacon? Ich mag das nicht für Frühstück. Aber du machst das, ich glaube. Ich muss meistens mit Frühstück machen. Ich bin ziemlich gut an es. Aber heute kannst du mir helfen. Erstens, wir holen uns einen Kuchen aus meiner Juke. Welcher sollte ich benutzen? Ich liebe Brat. Jetzt, willst du mir helfen, Bacon oder Toast zu machen? Wie? Du hast gerade noch gesagt, du magst keinen Bacon und jetzt willst du den zubereitet kriegen? Oh. Okay, klar. Yum. Bacon ist mein Favorit. Du falsche Schlange! Hm. Kannst du mir etwas finden, um den Bacon zu kuchen? Was dauert dir so lange? Ich will eine Pfanne oder so, damit wir... Oh, ein Feuerzeug. Willst du Feuer? Hey, tut mir leid. Was dauert dir so lange? Die Fackel ist wieder da, Chat. Oh! Euer Zeug und Fackel! Yum, 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 yum. Hm. Die ist hart. Vielleicht kriegen wir damit die Vitrine eingesmasht. Big Bad Ben. Dank für die 29 Monate. Hallöchen. Hm. Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Schade. Blümchenmuster? Ich glaube, das hier ist ihr Kleiderschrank, Chat. Blümchenmuster. Das war auf jeden Fall im Schrank. Das ist ja so lange. Ah. Okay. Oh, ist sie so scheiße zu mir? Hier! Thanks! Now, what can I use to cook the bacon? The refrigerator, the sink, or the stove? Great! Let's make some bacon! I love bacon! It's so crisp and... You scared? Get him out of here! ... ... ... ... I'm going to have to start all over again! A day of adventuring calls for a big breakfast! Hmm... I don't know what to eat first! It all looks so good! Klein Moment mal! Wartet kurz, Chat! Das kommt mir bekannt! Links und die Kartoffel, rechts und der Appel! Yes, 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 yes! Very good! Very good! Mmm... Yes, yes, yes! It's the orange juice? It was... ...in the... ... corner over there! What else do we have? We have, um... ...Pi da... ...und... ...Bacon rechts oben. ... ... ... Links unten ist ein Muffin. Ich glaube, das ist richtig und... ... 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 Nice! Okay, also... Clown mit Rock... ... 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 so schick mit grauen hosen haben wir auch perfekt ja sehr gut sehr gut sehr gut oh shit ich bin start poop ich liebe zu essen schmutz ich mag das für Oh How does he keep getting in here he almost burned my toast Time to make the rest of my me a day of adventuring I've been monitoring police frequencies and there's a fire, a really bad one It's Kate's house I'm glad we got out of there before whoever started that fire showed up, but I'm not sure there's going to be anything left there I'm so sorry Wir haben einen weiteren wichtigen Namen erfahren und zwar Kate Der Dachboden, auf dem wir uns befunden haben, war wahrscheinlich der Dachboden in Kate's house Da ist ein schlimmes Feuer ausgebrochen und unsere Freundin ist froh, dass wir da rechtzeitig raus sind Mh 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 Hi I'm I'm Willy Today we're going to We're going to We're going to I don't know what we're going to do Amanda? Amanda? What do you want to do? I don't care I don't feel right Maybe doing something will make you feel better I already tried drawing some pictures, but that didn't help What do you do when you're feeling bad? What are we doing, when it's uns schlecht, Chad? We're Laufen Essen Eat Sleep Sleep Bubble gucken. Twitch. Tunneln in DVD? Okay. Reden? Ja, schön für dich. Muss schön sein, jemand zum Reden zu haben. An adventure! What makes you think I want to go on an adventure right now? Are you even paying attention? I feel weird! Leave me alone! Well, I'm going to go on an adventure in my mind. You can come along with me if you like. Telling a story is like going on an adventure. What's your favorite kind of story? Okay. Was für eine Art Geschichte haben wir am liebsten? Horror. Those kind of stories are too scary for me. No! Wow. I wish I hadn't asked. Okay. A story. Hmm. Once upon a time... Hey! Why don't you help me tell this story? See if you have anything there that will help you follow along. Once upon a time... There was a brave night. It's okay. Take your time. Was? Ich soll etwas suchen, das uns dabei hilft... ...die Story auf die Reihe zu kriegen. Okay, er hat davon erzählt, dass es einen... ...einen tapferen Krieger gab in seiner Geschichte. Dann wird noch eine Prinzessin, ein Drache und ein Zauberer vorkommen. Cool. Wollen wir noch mehr? Sie soll Bilder malen? Warte, ich kann die gar nicht mitnehmen, die Dinger. Machen wir das. Ist das die Wahl, die du mitnehmen willst? Good job! There's our brave knight. Hm? Okay. Let's keep going. The knight went to see a wise wizard, who delivered a dangerous quest. Okay. Der Ritter hat sich auf den Weg gemacht... ...um Zauberer. Danke. ...um Zauberer. Oh? ...um Zauberer. Hey, nossa. Euer Ritter hat sich um, um... ...tank mir, um... ...in F deux. ...hier, wir. Rina, Spiek ist aus? Spiek sollte eigentlich an sein. Oh, die Seite ist wieder kaputt. Die hat manchmal so ein bisschen Serverprobleme, ja. Hi. Hi. It's okay. Take your time. Do you want to keep your choice? Ja. You're not telling the right story. Can we please try my story and then you can tell your own? What happens next? Deep in the dragon's cave. It also held captive a beautiful princess. The dragon threatened the princess with its fiery breath. Oh, won't someone save me? Sobbed the princess. It's okay. Take your time. This card? Okay, ich hab'n Problem. Ich dachte, er will, dass ich mir einfach die Reihenfolge merke und das dann halt 1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 3, dass ich das wieso in der Reihenfolge mache, aber das ist nicht das, was er möchte. In dem Teil wurde jetzt nur der Drache und nur die Prinzessin erwähnt. Deshalb machen wir die beiden auf. So nicht so, als hätte ich dir die Fußbilder geschickt? So nicht so, als hätte ich dir, so nicht so, als hätte ich dir, so nicht so, als hätte ich dir Fußbilder geschickt. Aber... Hihi, sag dem Chat nichts. Das bleibt unter uns. Oh. Nein, ich mach'n Spaß. Weil ich hab' so getan, als ob du doch mir Fußbilder geschickt hättest, aber dazu geschrieben hast, ich soll das geheim halten? Ich hab' so... Aber hat sie nicht. Ich hab' nur so getan, als hättest du. Weil du geschrieben... Na, ist egal. Okay. Wir müssen helfen, sonst frisst das... Das Monster frisst uns, wenn wir ihr nicht helfen. Deshalb. Ich kann nichts dagegen tun. Oh. Oh. I thought today couldn't get any worse. Maybe finishing the story will cheer you up. Um, okay. Well, where were we? Oh, yeah. The knight rushed to the dragon's lair. Da, der König fand den König, um die Entrennung zu ihrer Käse. Der König schraubt eine Schwäge und bräuchte den König. Der König rohrte, aber der König nicht zurückkehlt. Nach einer langen Kampf, der König delivered ein FATAL BLOW und SLEW THE DRAGON! Es ist okay, take your tire. Es wirkt so ein bisschen unruhig. Also, der Ritter und der Drache haben beide gekannt. Let's get to the grand finale! The Princess emerged from the shadows of the cave. You saved me! She cried. She embraced the knight. And they traveled back to the princesses kingdom, where they lived happily ever after. Das ist eine schöne Geschichte. Aber ich glaube, Amanda gefällt sie nicht so richtig. Okay, is that your selection? Mhm. Could that story have been any more boring? Why did you even waste my time? I'm not sure if I want to tell stories with you anymore. That whole story was just a bunch of nonsense. Why did you even waste my time? I'm having a terrible day and you made it even worse! Aber das hab ja nicht ich schlecht gemacht, sondern das Schaf. Wenn, dann sollte das Schäfchen gefressen werden. Schäfchen zu blabmessen. Dariemann St combats Good for you. Scheiße. Was fragt ihr mich an der Stelle? Oh, was für eine Sorte Geschichte uns am besten gefällt. Ähm. Wer hat ein Horror geantwortet? Was gibt es denn sonst noch so? Love Story. Eine Story über Amanda. Hm. Hm. Jo, ich habe Romance geschrieben, aber er tut es, als ob ich irgendwie ihm schöne Augen gemacht hätte. Jo, yo, Wooly, du bist süß, aber ich sehe dich eher als Freund. Okay, eine Story. Hm. Once upon a time. Hey. Okay. It's okay. Take your time. Ich finde, sie ist interessanter, wenn die Prinzessin mit dem Drachen käme. Is that the choice you want to go with? Ähm. That doesn't match the story I'm telling, does it? Let's get this story back on track. The knight went to see a wise wizard who delivered a dangerous quest. Warte. It's okay. Take your time. Chat, 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 chat. Die Story, die sie hören möchte, ist im Hintergrund zu sehen. Ich habe schon verkackt, quasi. How long is this going to take? Ritter und Prinzessin. Prinzessin und Wizard. Wizard und Drache. Knight und Drache. Prinzessin und Ritter. Trauriger Ritter. Oder traurige Prinzessin. Oder beides. Prinzessin und Ritter. So nämlich. Do you want to stick with this? Are you even listening to my story? Okay. Moving on. Wait. They've helped me before. Give them a chance to try. Please. No shit, Sherlock? Habe ich wohl nicht wahrgenommen. Habe ich nicht wahrgenommen. Das Problem ist, es gibt fünf Bilder. Und beim ersten habe ich verkackt. Und jetzt habe ich mit dem... Ich glaube, ich bin in der Story falsch abgebogen. Ich hätte dann, glaube ich, früher... Wir sind jetzt bei der dritten Antwort, die wir geben können, aber... Ich bin erst bei Bild Nummer zwei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu Bild Nummer drei skippen soll, oder... Ich gebe jetzt zu Bild Nummer drei, glaube ich. Wizard und Drache. Überspringen Teil der Story. The wizard, being a bit of a trickster, transformed the princess into a terrifying dragon. That's not... I'm liking where this is going. Can we please try my story and then you can tell your own? Okay, let's see. What happens next? Deep in the dragon's cave, it also held captive a beautiful princess. The dragon threatened the princess with its fiery breath. Oh, won't someone save me? It's okay. Wir haben die Kurve bekommen. Ich glaube, wir müssen nicht neu anfangen. Also, die Prinzessin wurde vom Zauberer in einen Drachen verwandelt. Und jetzt kommt ein Ritter, um die Prinzessin, die wie ein Drache aussieht, zu erschlagen. In ihrer neuen Dragonform, die Prinzessin sucht für ihre Kriterin, in der Hoffnung, um ihn zu erinnern. Wenn sie ihn gefunden hat, hat der Kriterin nicht erinnern. Die Prinzessin wurde vom Zauberer in einem Zauberer in einem Zauberer in einem Zauberer in einem Zauberer. Oh, boy. The knight is gonna regret that. Where are you even getting these ideas? What the? Those are my drawings, you weirdo! He's going to tear him! Stop him! Okay. Der Ritter hat die Prinzessin erschlagen, beziehungsweise den Drachen erschlagen. Und er fährt erst nach seiner Tat, dass es sich nicht um einen Drachen gehandelt hat, sondern um seine große Liebe, die Prinzessin. Und jetzt hält er die sterbende Prinzessin in seinen Armen. Right before drawing its last breath, the dragon transformed back into the princess. Horrifying by what they had done, the sobbing knight embraced the princess's lifeless form. No! That's not... It's so tragic. I love it! Keep going! No, that's not how the story goes at all! There was a big battle! The brave knight failed! And then... The princess emerged from the shadows of the cave. You saved me! She cried. She embraced the knight. And they traveled back to the princess's... Nein! Es gibt kein Happy End. Nicht in dieser Geschichte. Der Ritter ist todtraurig und hört auf, Ritter zu sein. Okay. Is that your selection? Lamenting that they had killed their one true love. The knight resolved to wander the world alone. Forever. Brummelhummel. Wunderschönen guten Abend. I really thought you were going to tell me a good story. Now I feel even worse. Why did you do that to me? Do you even care? Warte, das war auch falsch? Oh no. Hat sie sich insgeheim ein Happy End gewünscht? Oh no, du blöde Kuh. Das ist doch deine Geschichte, die ich da kopiert habe. Du Schwein. Tu mir das nicht an. Ich will nicht gefressen werden. Warte, hab ich nur meinen Zeit lang verholt? Fuck. Was will sie am Ende? Weil der Anfang fehlte? Ich glaube, sie mag den Ausgang der Geschichte nicht, weil sie hat doch gesagt, das zieht sie noch doller runter. Es ging von Anfang an scheiße und das Ende macht es jetzt nur noch schlimmer. Ich glaube, entweder den Zauberer mit reinholen, damit er sie wiederbelebt. Oder... Oh, okay. Um... Hi. I'm... I wish I could. I feel like there's nothing left in me. Sie wünschte, sie könnte weinen, aber sie fühlt sich zu leer dafür. Ähm, okay. Wenn wir... Er fragt jetzt, yo, was für ein Genre gefällt ihr denn bei Geschichten? Wenn wir Horror sagen, kriegen wir lauter komische Bilder angezeigt, gruselige Bilder und er kriegt Schiss. Wenn wir Romance sagen, macht er so... Oh, okay. Hallo. Was könnten wir noch so... Fantasy ist cool. Das klingt nett. Ich muss mir ein paar Geschichten ausprobieren, ist fernsig. Eine Geschichte. Es ist okay. Geh deine Zeit. Ist das die Wahl, die du mitgehen willst? Once upon a time, there were a knight and a princess, who loved each other very much. But one day, the knight had to leave the princess behind. Ähm, where did that princess come from? Let's get this story back on track. The knight went to see a... Okay, jetzt kommt der Zauberer, der sie verwandelt. Do you want to stick with this choice? The princess went to visit a wise wizard. She asked the wizard to help her see her knight again. No, the wizard didn't talk to the princess, the wizard talked to the knight to give them a quest. Okay, moving on. Wait, they're trying. Sorry, was loskehert? Das Opossum nicht aufhalten? Das haben wir bisher noch gar nicht probiert, ne? Weil ich zu viel Schiss hatte, dass das Monster mich direkt köpft, sobald ich zulasse, dass ihr Unrecht geschieht. Vielleicht sollten wir... Das Opossum einfach mal machen lassen. There was a dragon, that guarded many riches in a dark, far away cave. It's okay. Take your time. Wizard und dragon. Do you want to keep your choice? The wizard, being a bit of a trickster, transformed the princess into a terrifying dragon. That's not... I'm liking where this is going. Can we please try my story and then you can tell your own? Okay, let's see. What happens next? Deep in the dragon's cave, it also held captive a beautiful princess. The dragon threatened the princess with its fiery breath. Oh, won't someone save me, sobbed the princess? It's okay. Princessin und... Nein, nein, nein. Scheiße, was mache ich hier? Äh, warte. Ritter und Drache. Er erschlägt jetzt seine große Liebe. How long is this going to take? Hey, now. You can't rush... Nee? Is this the choice you want to go with? Soll er lieber den Wizard erschlagen? Wir haben ja so viele Möglichkeiten. Wir können entweder ihn nochmal die Prinzessin erschlagen lassen, dann trauert er um sie und zum Schluss kommt der Wizard und belebt sie wieder. Oder wir sagen, der Knight tötet nicht den Drachen, sondern den Zauberer, damit sie sich zurückverwandelt. Ich weiß nicht, was von beidem besser ankommt und ob das überhaupt so geht. So viele Möglichkeiten, um gefressen zu werden. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Wir können durchprobieren, aber jeder Fail endet damit, dass wir aufgefressen werden. in der Original-Storie dranbleiben. Okay. Was macht sie glücklich? Woher kriegst du denn diese Ideen? Was? Das sind meine Dramatische, du wierer Typ! Zuerst wollte er auf den traurigen Ritter los und jetzt will er ein anderes Bild, nämlich das, wo der Ritter den Tod seiner süßen Prinzessin betrauert. Ich habe bereits den schlimmsten Tag und dann hat der Mann meine Dramatische und dann hat er meinen Dramatische und dann hat er meinen Dramatische geschehen lassen. Alex, danke schön für den Sub. Ich hoffe, die Schweinchen um uns gefallen dir. Ich arbeite so hart an diesen. Das ist nicht fair. Komm, Amanda, es wird okay. Maybe finishing the story will cheer you up. Um, okay. Well, where were we? Oh, yeah. The knight rushed to the dragon's lair. There, the knight found the dragon guarding the entrance to its cave. The knight drew a sword and bravely faced the dragon. The dragon roared! But the knight did not back down. After a long battle the knight delivered a fatal blow and slew the dragon! It's okay. Take your time. Das Bild ist wieder da. Doch, ne. Hansi, danke für die 33 Monate. Also, wir könnten jetzt überlegen, ob wir an der Stelle... bis hierhin lief es ja noch, ne? Bis hierhin war sie ja noch hin und weg von der Geschichte. Ich glaube, wir müssen nur das letzte Bild verändern. Have you made your pick? Mm-hmm. Right before drawing its last breath, the dragon transformed back into the princess. Horrifying what they had done, the sobbing knight embraced the princess's lifeless form. No! That's not... It's so tragic. I love it! Keep going! No, that's not how the story goes at all! There was a big battle! The brave knight prevailed! And then... The princess emerged from the shadows of the cave. You saved me! She cried. She embraced... Okay. It's okay. Take your time. Ich habe unterschiedliche Ideen. Entweder wir machen... Entweder wir paaren den Ritter mit dem Wizard, weil er sich beim Wizard rächt. Du verdammter Zauberer! Was hast du getan? Wegen dir habe ich meine große Liebe erschlagen! Und er tötet aus Rache den Zauberer, der für all das verantwortlich ist. Oder wir nehmen die Prinzessin und den Zauberer, weil er sie wiederbelebt. Ritter allein hat dafür gesorgt, dass die Geschichte zwar zu Ende erzählt wird vom zweiten Sprecher mit der coolen Stimme, aber sorgt dafür, dass Amanda noch schlechter gelaunt ist als zuvor und dass wir gefressen werden. Also nur Ritter funktioniert nicht. Entweder Ritterzauberer oder Prinzessin Zauberer, denke ich. Ritter und Zauberer? Rache? Weil sie so auf rotige Geschichten steht? Guten Abend. Ich würde nochmal nur Ritter nehmen. Aber das hatten wir eben schon ausprobiert. Das nur den Ritter hatten wir. Da erzählt er dann, dass der Ritter bedauert, die Prinzessin getötet zu haben und dass er fortan für den Rest seines Lebens allein durch die Welt wandert. So geht die Geschichte dann aus. Los, wir sterben. Was ich aber nicht an ihre Story gehalten. Weil ich die ersten zwei verkackt hatte oder was das war. Die meint, wir müssen die Geschichte gar nicht verändern. Ich muss einfach nur von Anfang an ihre Geschichte erzählen. Oh. Daran hatte ich nicht gedacht. Meint ihr? Dass ich davor gestorben bin, weil ich die erste oder die zweite Antwort verkackt habe? Fuck. Ich finde meine Idee viel cooler. Aber vielleicht habt ihr recht. Shit. Okay. Ritter only. Ihr habt recht gehabt. Oh mein Gott. Ich hätte noch zwei oder drei Trice gebraucht, bevor ich das erneut ausprobiert hätte. Ich war mir so sicher, dass ich das in der letzten Runde wieder so halbwegs in die richtige Richtung geleitet habe. Das ist ja fies. Okay. Danke. Nein. Sie haben mir besser gefühlt. Du wusstest genau, was ich hörte. Danke. Wir danken dir dafür, dass du uns vor dem Monster gerettet hast. Bleibt das jetzt hier? Hey. Sind wir jetzt Freunde? Du hast... Hey. Du darfst mich nicht essen. Sie hat gesagt, sie mag mich. haben wir etwas zum Werfen? Oh ja. Oh ja. Hammer für die Vitrine, Chad. Und dann? Was dann? Das ist das Dorftier, das ich für das letzte Video haben möchte. Klar. Na klar. Wir brauchen dich noch. TSTST, danke für die 47 Monate. Moin. Gibt es hier noch irgendwas anderes, auf das wir achten mussten? Nee, ne? North. X. Sie wird gleich richtig böse, weil in der Grube nicht das ist, was sie wollte. Warte, was ist, wenn sie den Hammer möchte? Mach ich einen Fehler? Ja. Es ist derjenige, der auf dem Map. Let's dig. Great. Hier wir wiedersehen. Seriously, wer ist das Typ? Wenn wir ihn nicht verscheuchen, macht ihr ihre Schippe kaputt, ihre Schaufel und sie klebt die Ehe wieder zusammen. Ich glaube, es macht keinen Untersche... Woh! Das Mann wird mir ein Herz attackieren. Vielleicht sollte ich ihn zurückkommen. Was? Let's dig! Okay, Bandits, wir gehen zu DIGGING! Amanda, ich habe keine Schaufel. Bandits sollten immer bereit sein. Ich denke, Sie müssen deine Hände nutzen. Oh... DIGGING 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 DIGG 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 wartet es war das falsche spielzeug aber diesmal gab es ein lautes geräusch dass das monster abgelenkt hat das ist so gemein das hätte vorhin auch schon bei dem anderen spielzeug kommen dürfen du kommst mit kleiner mann du siehst nach dem rechten sagt mir bescheid wenn du was siehst steht hier wir können es reparieren wir können es in ordnung bringen please do not place microfilm sheets directly on bright screens like tvs it will leave a burn mark not plus microfilm sheets directly on bright in jetzt gar nicht mehr da eine weitere kombination ich hoffe es hat nicht mit büchern zu tun kate park und kates haus ist abgebrannt wir waren in kates dachboden gefangen das hier ist ihr büro ok wisst ihr was das ist ein guter zeitpunkt zum schluss machen es ist 23 uhr und wenn ich eben laut aufgeschrieben hätte wisst ihr was dann passiert wäre dann hätte jemand bei mir geklingelt weil das die letzte woche schon oft genug passiert ist und das muss nicht noch mal passieren meine damen und herren ich bin kein feigling ich bin kein feigling okay angst potter ja ja